Erste Vigilie von der Goldene Topf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Boris Greff Der Goldene Topf von E.T.A. Hoffmann Erste Vigilie Die Unglücksfälle des Studenten Anselmus, des Konrektors Paulmann, Sanitätsknaster und die goldgrünen Schlangen. Am Himmelfahrtstage Die gellende, krächzende Stimme des Weibes hatte etwas Entsetzliches, sodass die Spaziergänger verwundert stillstanden und das Lachen, das sich erst verbreitet, mit einem Mal verstummte. Der Student Anselmus, niemand anders war der junge Mensch, fühlte sich, unerachtet er des Weibes sonderbare Worte durchaus nicht verstand, von einem unwillkürlichen Grausen ergriffen. Als der Student schon beinahe das Ende der Allee erreicht, die nach dem linkischen Bade führt, wollte ihm beinahe der Atem ausgehen. Er war genötigt, langsamer zu wandeln, aber kaum wagte er, den Blick in die Höhe zu richten, denn noch immer sah er die Äpfel und Kuren um sich tanzen, und jeder freundliche Blick dieses oder jenes Mädchens war ihm nur der Reflex des schadenfrohen Gelächters am schwarzen Tor. So war er bis an den Eingang des linkischen Bades gekommen. Eine Reihe festlich gekleideter Menschen nach der anderen zog herein. Musik von Blasinstrumenten ertönte von innen, und immer lauter und lauter wurde das Gewühl der lustigen Gäste. Die Tränen wären dem armen Studenten Anselmus beinahe in die Augen getreten, denn auch er hatte, da der Himmelfahrtstag immer ein besonderes Familienfest für ihn gewesen, an der Glückseligkeit des linkischen Paradieses teilnehmen. Ja, er hatte es bis zu einer halben Portion Kaffee mit Rum und einer Boutet Doppelbier treiben wollen, und um so recht schlampampen zu können, mehr Geld eingesteckt, als eigentlich erlaubt und tunlich war. Und nun hatte ihn der fatale Tritt in den Äpfelkorb um alles gebracht, was er bei sich getragen. An Kaffee, an Doppelbier, an Musik, an den Anblick der geputzten Mädchen, kurz, an alle geträumten Genüsse, war nicht zu denken. Er schlich langsam vorbei und schlug endlich den Weg an der Elbe ein, der gerade ganz einsam war. Unter einem Holunderbaume, der aus der Mauer hervorgesprossen, fand er ein freundliches Rasenplätzchen. Da setzte er sich hin und stopfte eine Pfeife von dem Sanitätsknaster, den ihm sein Freund der Konrektor Paulmann geschenkt. Dicht vor ihm plätscherten und rauschten die goldgelben Wellen des schönen Elbstroms. Hinter demselben streckte das herrliche Dresden, kühn und stolz, seine lichten Türme empor in den duftigen Himmelsgrund, der sich hinabsenkte auf die blumigen Wiesen und frisch grünenden Wälder, und aus tiefer Dämmerung gaben die zackigten Gebirge Kunde vom fernen Böhmerlande. Aber finster vor sich hin blickend, blies der Student Anselmus die Dampfwolken in die Luft, und sein Unmut wurde endlich laut, indem er sprach. Wahr ist es doch, ich bin zu allem möglichen Kreuz und Elend geboren. Dass ich niemals Bohnenkönig geworden, dass ich im Paar oder Unpaar immer falsch geraten, dass mein Butterbrot immer auf die fette Seite gefallen, von allem diesen Jammer will ich gar nicht reden, – aber ist es nicht ein schreckliches Verhängnis, dass ich, als ich denn doch nun dem Satan zum Trotzstudent geworden war, ein Kümmeltürke sein und bleiben musste? Ziehe ich wohl je einen neuen Rock an, ohne gleich das erste Mal einen Talfleck hineinzubringen, oder mir an einem übel eingeschlagenen Nagel ein verwünschtes Loch hineinzureißen? Grüße ich wohl je einen Herrn Hofrat oder eine Dame, ohne den Hut weit von mir zu schleudern oder gar auf dem glatten Boden auszugleiten und schändlich umzustülpen? Hatte ich nicht schon in Halle jeden Marktag eine bestimmte Ausgabe von drei bis vier Groschen für zertretene Töpfe, weil mir der Teufel in den Kopf setzt, meinen Gang gerade auszunehmen wie die Lamminge? Bin ich denn ein einziges Mal ins Kollegium oder wo man mich sonst hinbeschieden zu rechter Zeit gekommen? Was half es, dass ich eine halbe Stunde vorher ausging und mich vor die Tür hinstellte, den Drücker in der Hand, denn so wie ich mit dem Glockenschlag aufdrücken wollte, goss mir der Satan ein Waschbecken über den Kopf oder ließ mich mit einem Heraustretenden zusammenrennen, dass ich in tausend Händel verwickelt wurde und darüber alles versäumte. Ach, ach, wo seid ihr hin, ihr seligen Träume künftigen Glücks? Wie ich stolz wähnte, ich könnte es wohl hier noch bis zum geheimen Sekretär bringen. Aber hat mir mein Unstern nicht die besten Gönner verfeindet? Ich weiß, dass der geheime Rat, an dem ich empfohlen bin, verschnittenes Haar nicht leiden mag. Mit Mühe befestigt der Friseur einen kleinen Zopf an meinem Hinterhaupt, aber bei der ersten Verbeugung springt die unglückselige Schnur und ein munterer Mops, der mich umschnüffelt, apportiert im Jubel das Zöpfchen dem geheimen Rate. Ich springe erschrocken nach und stürze über den Tisch, an dem er frühstückend gearbeitet hat, sodass Tassen, Teller, Tintenfass, Sandbüchse klirrend herabstürzen und der Strom von Schokolade und Tinte sich über die eben geschriebene Relation ergießt. »Herr, sind Sie des Teufels?« brüllt der erzürnte geheime Rat und schieb mich zur Tür hinaus. Was hilft es, dass mir der Konrektor Paulmann Hoffnung zu einem Schreiberdienste gemacht hat? Wird es denn mein Unstern zulassen, der mich überall verfolgt? Nur noch heute. Ich wollte den lieben Himmelfahrtstag recht in der Gemütlichkeit feiern. Ich wollte ordentlich was draufgehen lassen. Ich hätte ebenso gut wie jeder andere Gast in Linkes Bad stolz rufen können, »Marcör, eine Flasche Doppelbier, aber vom Besten bitte ich!« Ich hätte bis spät abends sitzen können und noch dazu ganz nah bei dieser oder jenen Gesellschaft herrlich geputzter, schöner Mädchen. Ich weiß es schon, der Mut wäre mir gekommen, ich wäre ein ganz anderer Mensch geworden. Ja, ich hätte es so weit gebracht, dass wenn diese oder jener gefragt, »Wie spät mag es wohl jetzt sein?« oder »Was ist denn das, was Sie spielen?« »Da wäre ich mit leichtem Anstande aufgesprungen, ohne mein Glas umzuwerfen oder über die Bank zu stolpern.« Ich hätte mich in gebeugter Stellung anderthalb Stofforz bewegend, hätte ich gesagt, »Erlauben Sie, Mademoiselle, Ihnen zu dienen. Es ist die Ouvertüre aus dem Donauweibchen oder es wird gleich sechs Uhr schlagen.« Hätte mir das ein Mensch in der Welt übel deuten können? »Nein«, sage ich, »die Mädchen hätten sich so schalkhaft lächelnd angesehen, wie es wohl zu geschehen pflegt, wenn ich mich ermutige zu zeigen, dass ich mich auch wohl auf den leichten Wellton verstehe und mit Damen umzugehen weiß. Aber da führt mich der Satan in den verwünschten Apfelkorb, und nun muss ich in der Einsamkeit meinen Sanitätsknaster.« Hier wurde der Student Anselmus in seinem Selbstgespräche durch ein sonderbares Rieseln und Rascheln unterbrochen, das sich dicht neben ihm im Grase erhob, bald aber in die Zweige und Blätter des Holunderbaums hinaufglitt, der sich über seinem Haupt erwölbte. Bald war es, als schüttle der Abendwind die Blätter. Bald, als kosten Vögelein in den Zweigen, die kleinen Fittiche im mutwilligen Hin und Her flattern rührend. Da fing es an zu flüstern und zu lispeln, und es war, als ertönten die Blüten wie aufgehangene Kristallglöckchen. Anselmus horchte und horchte. Da wurde, er wußte selbst nicht wie, das Gelispel und Geflüster und Geklingel zu leisen, halbverwehten Worten. Zwischendurch, zwischenein, zwischen Zweigen, zwischen schwellenden Blüten, schwingen, schlängeln, schlingen wir uns, Schwesterlein. Schwesterlein, schwinge dich im Schimmer schnell, schnell herauf, herab, Abendsonne schießt Strahlen, zischelt der Abendwind, raschelt der Tau, Blüten singen, rühren wie Zünglein, singen wie mit Blüten und Zweigen, Sterne bald glänzen, müssen herab, zwischendurch, zwischenein, schlängeln, schlingen, schwingen wir uns, Schwesterlein. So ging es fort in Sinne verwirrender Rede. Der Student Anselmus dachte, das ist denn doch nur der Abendwind, der heute mit ordentlich verständlichen Worten flüstert. Aber in dem Augenblick ertönte es über seinem Haupte wie ein Dreiklang heller Kristallglocken. Er schaute hinauf und erblickte drei in grünem Gold erglänzende Schlänglein, die sich um die Zweige gewickelt hatten und die Köpfchen der Abendsonne entgegenstreckten. Da flüsterte und lispelte es von Neuem in jenen Worten, und die Schlänglein schlüpften und kosteten auf und nieder durch die Blätter und Zweige, und wie sie sich so schnell rührten, da war es, als treue der Holunderbusch tausend funkelnde Smaragde durch seine dunklen Blätter. Das ist die Abendsonne, die so in dem Holunderbusch spielt, dachte der Student Anselmus, aber da ertönten die Glocken wieder, und Anselmus sah, wie eine Schlange ihr Köpfchen nach ihm herabstreckte. Durch alle Glieder fuhr es ihm wie ein elektrischer Schlag, er erbebte im Innersten, er starrte hinauf, und ein paar herrliche dunkelblaue Augen blickten ihn an, mit unaussprechlicher Sehnsucht, sodass ein nie gekanntes Gefühl der höchsten Seligkeit und des tiefsten Schmerzes seine Brust zersprengen wollte. Und wie er voll heißen Verlangens immer in die holzseligen Augen schaute, da ertönten stärker in lieblichen Akkorden die Kristallglocken, und die funkelnden Smaragde fielen auf ihn herab und umspannen ihn, in tausend Flämmchen um ihn herflackernd und spielend mit schimmernden Goldfaden. Der Holunderbusch rührte sich und sprach, »Du lagst in meinem Schatten. Mein Duft umfloss dich, aber du verstandest mich nicht. Der Duft ist meine Sprache, wenn ihn die Liebe entzündet.« Der Abend wischte ich vorüber und sprach, »Ich umspielte deine Schläfe, aber du verstandest mich nicht. Der Hauch ist meine Sprache, wenn ihn die Liebe entzündet.« Die Sonnenstrahlen brachen durch das Gewölk, und der Schein brannte wie in Worten, »Ich umgoss dich mit grünem Gold, aber du verstandest mich nicht. Glut ist meine Sprache, wenn sie die Liebe entzündet.« Und immer inniger und inniger versunken in den Blick des herrlichen Augenpaars wurde heißer die Sehnsucht, glühender das Verlangen. Da regte und bewegte sich alles wie zum frohen Leben erwacht. Blumen und Blüten dufteten um ihn her, und ihr Duft war wie herrlicher Gesang von tausend Flötenstimmen, und was sie gesungen, trugen im Widerhall die goldenen, vorüberfliehenden Abendwolken in Fernlande. Aber als der letzte Strahl der Sonne schnell hinter den Bergen verschwand und nun die Dämmerung ihren Flor über die Gegend warf, da rief wie aus weiter Ferne eine rauhe, tiefe Stimme, »Hei, hei, was ist das für ein Gemunkel und Geflüster da drüben? Hei, hei, wer sucht mir doch den Strahl hinter den Bergen? Genug gesonnen, genug gesungen! Hei, hei, durch Busch und Gras, durch Gras und Strom! Hei, hei, herunter, herunter!« So verschwand die Stimme wie im Murmeln eines fernen Donners. Aber die Kristallglocken zerbrachen im schneidenden Misston. Alles war verstummt und Anselmus sah, wie die drei Schlangen schimmernd und blinkend durch das Gras nach dem Strome schlüpften. Rischelnd und raschelnd stürzten sie sich in die Elbe und über den Wogen, wo sie verschwunden, knisterte ein grünes Feuer empor, das in schiefer Richtung nach der Stadt zu leuchtend verdampfte. Ende der ersten Vigilie aufgenommen von Boris Greff Zweite Vigilie von Der Goldene Topf Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Boris Greff Zweite Vigilie Wie der Student Anselmus für betrunken und wahnwitzig gehalten wurde Die Fahrt über die Elbe Die Bravour-Arie des Kapellmeisters Grauen Konradis Magenlikör und das bronzierte Äpfelweib Der Herr ist wohl nicht recht bei Troste sagte eine ehrbare Bürgersfrau die vom Spaziergange mit der Familie heimkehrend stillstand und mit übereinander geschlagenen Armen dem tollen Treiben des Studenten Anselmus zusah Der hatte nämlich den Stamm des Hulunderbaumes umfasst und rief unaufhörlich in die Zweige und Blätter hinein Oh, nur noch einmal blinket und leuchtet ihr lieblichen goldenen Schlänglein nur noch einmal lasst eure Glockenstimmchen hören nur noch einmal blicket mich an ihr holzseligen blauen Augen nur noch einmal ich muss ja sonst vergehen in Schmerz und heißer Sehnsucht und dabei seufzte und ächzte er aus der tiefsten Brust recht kläglich und schüttelte vor Verlangen und Ungeduld den Holunderbaum der aber statt aller Antwort nur ganz dumpf und unvernehmlich mit den Blättern rauschte und so den Schmerz des Studenten Anselmus ordentlich zu verhöhnen schien Der Herr ist wohl nicht recht bei Troste sagte die Bürgersfrau und dem Anselmus war es so als würde er aus einem tiefen Traum gerüttelt oder gar mit eiskaltem Wasser begossen um ja recht jähling zu erwachen Nun sah er erst wieder deutlich wo er war und besann sich wie ein sonderbarer Spuk ihn geneckt und gar dazu getrieben habe ganz allein für sich selbst in laute Worte auszubrechen Bestürzt blickte er die Bürgersfrau an und griff endlich nach dem Hute der zur Erde gefallen um davon zu eilen Der Familienvater war unterdessen auch herangekommen und hatte nachdem er das kleine das er auf dem Arm getragen ins Gras gesetzt auf seinen Stock sich stützend mit Verwunderung dem Studenten zugehört und zugeschaut Er hob jetzt Pfeife und Tabaksbeutel auf die der Student fallen lassen und sprach beides ihm hinreichen Lamentier der Herr nicht so schrecklich in der Finsternis und wechsier er nicht die Leute wenn ihm sonst nichts fehlt als dass er zu viel ins Gläschen geguckt Geh er feinordentlich zu Hause und leg er sich aufs Ohr Der Student Anselmus schämte sich sehr Er stieß ein weinerliches Ach aus Nun, nun, fuhr der Bürgersmann fort Lass es der Herr nur gut sein Sowas geschieht den Besten und am lieben Himmelfahrtstage kann man wohl in der Freude seines Herzens ein Schlückchen über den Durst tun Das passiert auch wohl einem Mann Gottes Der Herr ist ja doch wohl ein Kandidat Aber wenn es der Herr erlaubt stopfe ich mir ein Pfeifchen von seinem Tabak Meiner ist mir da droben ausgegangen Dies sagte der Bürger als der Student Anselmus schon Pfeife und Beutel einstecken wollte und nun reinigte der Bürger langsam und bedächtig seine Pfeife und fing ebenso langsam an zu stopfen Mehrere Bürgermädchen waren dazu getreten die sprachen heimlich mit der Frau und kickerten miteinander indem sie den Anselmus ansahen Dem war es, als stände er auf lauter spitzigen Dornen und glühenden Nadeln So wie er nur Pfeife und Tabaksbeutel erhalten rannte er spornstreichst davon Alles, was er Wunderbares gesehen war ihm rein aus dem Gedächtnis geschwunden und er besann sich nur dass er unter dem Holunderbaum allerlei tolles Zeug ganz laut geschwatzt was ihm denn umso entsetzlicher war als er von jeher einen innerlichen Abscheu gegen alle Selbstredner gehegt Der Satan schwatzt aus ihnen sagte sein Rektor und daran glaubte er auch in der Tat Für einen am Himmelfahrtstage betrunkenen Kandidatus Theologiae gehalten zu werden der Gedanke war ihm unerträglich Schon wollte er in die Pappelallee bei dem Koselschen Garten einbiegen als eine Stimme hinter ihm herrief Herr Anselmus Herr Anselmus wo rennen Sie denn um tausend Himmels Willen hin in solcher Hast Der Student blieb wie in den Boden gewurzelt stehen denn er war überzeugt dass nun gleich ein neues Unglück auf ihn einbrechen werde Die Stimme ließ sich wieder hören Herr Anselmus so kommen Sie doch zurück wir warten hier am Wasser Nun vernahm der Student erst dass es sein Freund der Konrektor Paulmann war der ihn rief Er ging zurück an die Elbe und fand den Konrektor mit seinen beiden Töchtern so wie den Registrator Herr Brand wie sie eben im Begriff waren in eine Gondel zu steigen Der Konrektor Paulmann lud den Studenten ein mit ihm über die Elbe zu fahren und dann in seiner auf der Pirnaer Vorstadt gelegenen Wohnung abends über bei ihm zu bleiben Der Student Anselmus nahm das recht gern an weil er denn doch so dem bösen Verhängnis das heute über ihn walte zu entrinnen glaubte Als sie nun über den Strom fuhren begab es sich dass auf dem jenseitigen Ufer bei dem Antonschen Garten ein Feuerwerk abgebrannt wurde Prasselnd und zischend fuhren die Raketen in die Höhe und die leuchtenden Sterne zersprangen in den Lüften tausend knisternde Strahlen und Flammen um sich sprühend Der Student Anselmus saß in sich gekehrt bei dem rudernden Schiffer als er nun aber im Wasser den Widerschein der in der Luft herumsprühenden und knisternden Funke und Flammen erblickte da war es ihm als zögen die goldenen Schlänglein durch die Flut Alles, was er unter dem Holunderbaum seltsames geschaut trat wieder lebendig in Sinn und Gedanken und aufs Neue ergriff ihn die unaussprechliche Sehnsucht das glühende Verlangen welches dort seine Brust in krampfhaft schmerzvollem Entzücken erschüttert Ach seid ihr es denn wieder ihr goldenen Schlänglein singt, nur singt in eurem Gesange erscheinen mir ja wieder die holden, lieblichen, dunkelblauen Augen Ach seid ihr denn unter den Fluten so rief der Student Anselmus und machte dabei eine heftige Bewegung als wolle er sich gleich aus der Gondel in die Flut stürzen Ist der Herr des Teufels rief der Schiffer und erwischte ihn beim Rockschuss Die Mädchen, welche bei ihm gesessen schrien im Schreck auf und flüchteten auf die andere Seite der Gondel Der Registrator sagte dem Konrektor Paulmann etwas ins Ohr worauf dieser mehreres antwortete wovon der Student Anselmus aber nur die Worte verstand dergleichen Anfälle noch nicht bemerkt Gleich nachher stand auch der Konrektor Paulmann auf und setzte sich mit einer gewissen, ernsten, gravitätischen Amtsmine zu dem Studenten Anselmus seine Hand nehmend und sprechend Wie ist Ihnen, Herr Anselmus? Dem Studenten Anselmus vergingen beinahe die Sinne denn in seinen Innern erhob sich ein toller Zwiespalt den er vergebens beschwichtigen wollte Er sah nun wohl deutlich dass das, was er für das Leuchten der goldenen Schlänglein gehalten nur der Widerschein des Feuerwerks bei Antons Garten war aber ein nie gekanntes Gefühl er wusste selbst nicht ob Wonne, ob Schmerz so krampfhaft seine Brust zusammen und wenn der Schiffer nun so mit dem Ruder ins Wasser hineinschlug dass es wie im Zorn sich empor kräuselnd plätscherte und rauschte da vernahm er in dem Getöse ein heimliches Lispeln und flüstern Anselmus Anselmus siehst du nicht wie wir stets vor dir herziehen Schwesterlein blickt dich wohl wieder an Glaube 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 an uns und es war ihm als sähe er im Widerschein drei grün-grüne Streife aber als er dann recht wehmütig ins Wasser hineinblickte ob nun nicht die holzseligen Augen aus der Flut herausschauen würden da gewahrte er wohl dass der Schein nur von den erleuchteten Fenstern der nahen Häuser herrührte schreigend saß er da und im Innern mit sich kämpfend aber der Konrektor Paulmann sprach noch heftiger wie ist Ihnen Herr Anselmus ganz klein mütig antwortete der Student ach lieber Herr Konrektor wenn Sie wüssten dass ich eben unter einem Runderbaum bei der linkenischen Gartenmauer ganz wachend mit offenen Augen für ganz besondere Dinge geträumt habe ach Sie würden es mir gar nicht verdenken dass ich so gleichsam abwesend ei ei Herr Anselmus fiel der Konrektor Paulmann ein ich habe Sie immer für einen soliden jungen Mann gehalten aber träumen mit hellen offenen Augen träumen und dann mit einem Mal ins Wasser springen wollen das verzeihen Sie mir können nur wahnwitzig oder narren der Student Anselmus wurde ganz betrübt über seines Freundes harte Rede da sagte Paulmanns älteste Tochter Veronika ein recht hübsches blühendes Mädchen von 16 Jahren aber lieber Vater es muss dem Herrn Anselmus doch was besonderes begegnet sein und er glaubt vielleicht nur dass er gewacht habe unerachtet er unter dem Holunderbaum wirklich geschlafen und ihm allerlei nervisches Zeug vorgekommen was ihm noch in Gedanken liegt und teuerste Mademoiselle werter Konrektor nahm der Registrator her band das Wort sollte man denn nicht auch wachend in einen gewissen träumerischen Zustand versinken können so ist mir in der Tat selbst einmal nachmittags beim Kaffee in einem solchen Hinbrüten dem eigentlichen Moment körperlicher und geistiger Verdauung die Lage eines verlorenen Aktenstücks wie durch Inspiration eingefallen und nur noch gestern tanzte auf gleiche Weise eine herrliche große lateinische Frakturschrift vor meinen hellen offenen Augen umher ach geehrter Registrator erwiderte der Konrektor Paulmann sie haben immer so einen Hang zu den Poeticis gehabt und da verfällt man leicht in das Fantastische und Romanhafte aber dem Studenten Anselmus tat es wohl dass man sich seiner in der höchstbetrübten Lage für betrunken oder wahnsinnig gehalten zu werden annahm und unerachtet ist ziemlich finster geworden glaubte er doch zum ersten Mal zu bemerken wie Veronika recht schöne dunkelblaue Augen habe ohne dass ihm jedoch jenes wunderbare Augenpaar das er in dem Holunderbaum geschaut in Gedanken kam überhaupt war dem Studenten Anselmus mit einem Mal nun wieder das Abenteuer unter dem Holunderbaum ganz verschwunden er fühlte sich so leicht und froh ja er trieb es wie im lustigen Übermute so weit dass er bei dem Heraussteigen aus der Gondel seiner Schutzrednerin Veronika die hilfreiche Hand bot und ohne weiteres als sie ihren Arm in den Seinigen hing sie mit so vieler Geschicklichkeit und so vielem Glück zu Hause führte dass er nur ein einziges Mal ausglitt und da es gerade der einzige schmutzige Fleck auf dem ganzen Wege war Veronikas weißes Kleid nur ganz wenig bespritzte dem Konrektor Paulmann entging die glückliche Änderung des Studenten Anselmus nicht er gewann ihn wieder lieb und bat ihn der harten Worte wegen die er vorhin gegen ihn fallen lassen um Verzeihung ja fügte er hinzu man hat wohl Beispiele dass oft gewisse Phantasmata dem Menschen vorkommen und ihn ordentlich ängstigen und quälen können dann ist aber körperliche Krankheit und es helfen Blutigel die man Salvavenia dem Hintern appliziert wie ein berühmter bereits verstorbener Gelehrter bewiesen der Student Anselmus wusste nun in der Tat selbst nicht ob er betrunken wahnwitzig oder krank gewesen auf jeden Fall schienen ihm aber die Blutigel ganz unnütz da die etwaigen Phantasmata gänzlich verschwunden und er sich immer heiterer fühlte je mehr es ihm gelang sich in allerlei Artigkeiten um die hübsche Veronika zu bemühen es wurde wie gewöhnlich nach der frugalen Mahlzeit Musik gemacht der Student Anselmus musste sich ans Klavier setzen und Veronika ließ ihre helle klare Stimme hören werte Mademoiselle sagte der Registrator Erbrand sie haben eine Stimme wie eine Kristallglocke das nun wohl nicht fuhr es dem Studenten Anselmus heraus er wusste selbst nicht wie und alle sahen unverwundert und betroffen an Kristallglocken Tönen in Holunderbäumen wunderbar wunderbar fuhr der Student Anselmus halbleise murmelt fort da legte Veronika ihre Hand auf seine Schulter und sagte was sprechen sie denn da Herr Anselmus gleich wurde der Student wieder ganz munter und fing an zu spielen der Konrektor Paulmann sah ihm finster an aber der Registrator Erbrand legte ein Notenblatt auf den Pult und sang zum Entzücken eine Bravour Arie vom Kapellmeister Grauen Der Student Anselmus akkompanierte noch manches und ein fugiertes Duett das er mit Veronika vortrug und das der Konrektor Paulmann selbst komponiert setzte alles in die fröhlichste Stimmung Es war ziemlich spät worden und der Registrator Erbrand griff nach Hut und Stock da trat der Konrektor Paulmann geheimnisvoll zu ihm hin und sprach Ei wollen sie nicht geehrter Registrator dem guten Herren Anselmus selbst nun wovon wir vorhin sprachen Mit tausend Freuden erwiderte der Registrator Erbrand und begann nachdem sie sich im Kreise gesetzt ohne weiteres in folgender Art Es ist hier am Orte ein alter wunderlicher merkwürdiger Mann Man sagt er treibe allerlei geheime Wissenschaften Da es nun aber dergleichen eigentlich nicht gibt so halte ich ihn eher für einen forschenden Antiqual auch wohl nebenher für einen experimentierenden Chemiker Ich meine niemand anderen als unseren geheimen Archivarius Lindhorst Er lebt wie sie wissen einsam in seinem entlegenen alten Hause und wenn ihn der Dienst nicht beschäftigt findet man ihn in seiner Bibliothek oder in seinem chemischen Laboratorio wo er aber niemanden hinein lässt Er besitzt außer vielen seltenen Büchern eine Anzahl zum Teil arabischer koptischer und gar in sonderbaren Zeichen die keiner bekannten Sprache angehören geschriebener Manuskripte diese will er auf geschickte Weise kopieren lassen und es bedarf dazu eines Mannes der sich darauf versteht mit der Feder zu zeichnen um mit der höchsten Genauigkeit und Treue alle Zeichen auf Pergament und zwar mit Tusche übertragen zu können er lässt in einem besonderen Zimmer seines Hauses unter seiner Aussicht arbeiten zahlt außer dem freien Tisch während der Arbeit jeden Tag einen Speziestaler und verspricht noch ein ansehnliches Geschenk wenn die Abschriften glücklich beendet Die Zeit der Arbeit ist täglich von zwölf bis sechs Uhr Von drei bis vier Uhr wird geruht und gegessen Da er schon mit ein paar jungen Leuten vergeblich den Versuch gemacht hat jene Manuskripte kopieren zu lassen so hat er sich endlich an mich gewendet ihm einen geschickten Zeichner zuzuweisen Da habe ich an Sie gedacht lieber Herr Anselmus denn ich weiß dass Sie sowohl sehr sauber schreiben als auch mit der Feder zierlich und rein zeichnen Wollen Sie daher in dieser schlechten Zeit und bis zu Ihrer etwaigen Anstellung den Speziestaler täglich verdienen und das Geschenk obendrein so bemühen Sie sich morgen Punkt zwölf Uhr zu dem Herrn Archivarius dessen Wohnung Ihnen bekannt sein wird Aber hüten Sie sich vor jedem Tinteflecken Fällt er auf die Abschrift so müssen Sie ohne Gnade von vorn anfangen Fällt er auf das Original so ist der Herr Archivarius imstande Sie zum Fenster hinauszuwerfen Denn es ist ein zorniger Mann Der Student Anselmus war voll inniger Freude über den Antrag des Registrators Herbrand Denn nicht allein dass er sauber schrieb und mit der Feder zeichnete so war es auch seine wahre Passion mit mühsamem kalligrafischen Aufwande abzuschreiben Er dankte daher seinen Gönnern in den verbindlichsten Ausdrücken und versprach die morgende Mittagstunde nicht zu versäumen In der Nacht sah der Student Anselmus nichts als blanke Speziestaler und höhte lieblichen Klang Wer mag aus dem Armen verargen der umso manche Hoffnung durch ein launisches Missgeschick betrogen jeden heller zu Rate halten und manchem Genuss den jugendliche Lebenslust forderte entsagen musste Schon am frühen Morgen suchte er seine Bleistifte seine Rabenfedern seine chinesische Tusche zusammen denn besser dachte er kann der Archivarius keine Materialien erfinden Vor allen Dingen musterte und ordnete er seine kalligrafischen Meisterstücke und seine Zeichnungen um sie mit Archivarius zum Beweis seiner Fähigkeit das Verlangte zu erfüllen aufzuweisen Alles ging glücklich vonstatten Ein besonderer Glücksstern schien über ihn zu walten Die Halsbinde saß gleich beim ersten Umknüpfen wie sie sollte Keine Naht platzte Keine Masch zerriss in den schwarzseidenen Strümpfen Der Hut fiel nicht noch einmal in den Staub als er schon sauber abgebürstet Kurz Punkt halb zwölf stand der Student Anselmus in seinem hechtgrauen Frack und seinen schwarzatlassenen Unterkleidern eine Rolle Schönschriften und Federzeichnungen in der Tasche schon auf der Schlossgasse in Konradis Laden und trank eins zwei Gläschen des besten Maglikörs denn hier dachte er indem er auf die annoch leere Tasche schlug werden bald Speziestaler erklingen unerachtet des weiten Weges bis in die einsame Straße in der sich das uralte Haus des Archivarius Lindhorst befand war der Student Anselmus doch vor zwölf Uhr an der Haustür da stand er nun und schaute den großen schönen bronzen Türklopfer an aber als er nun auf den letzten die Luft mit mächtigem Klange durchbebenden schlagte Turmoor an der Kreuzkirche den Türklopfer ergreifen wollte da verzog sich das metallene Gesicht im ekelhaften Spiel blauglühender Lichtblicke zum grinsenden Lächeln ach es war ja das Äpfelweib vom schwarzen Tor die spitzigen Zähne klapperten in dem schlaffen Maule zusammen und in dem Klappern schnarrte es du Narre 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 warte warte warum warst hinausgerannt Narre entsetzt taumelte der Student Anselmus zurück er wollte den Türpfosten ergreifen aber seine Hand erfasste die Klingelschnur und zog sie an da läutete es stärker und stärker in gellernen Misstönen und durch das ganze öde Haus rief und spottete der Widerhall bald ein Fall ins Kristall den Studenten Anselmus ergriff ein Grausen das im krampfhaften Fieberfrost durch alle Glieder bebte die Klingelschnur senkte sich hinab und wurde zur weißen durchsichtigen Riesenschlange die umwand und drückte ihn fester und fester ihr gewinne schnürend zusammen daß die mürben zermalbten Glieder knackend zerbröckelten und sein Blut aus den Adern spritzte eindringend in den durchsichtigen Leib der Schlange und in Rot färbend töte mich töte mich wollte er schreien in der entsetzlichen Angst aber sein Geschrei war nur ein dumpfes Röcheln die Schlange erhob ihr Haupt und legte die lange spitzige Zunge von glühendem Erz auf die Brust des Anselmus da zerriss ein schneidender Schmerz jählinge Puls des Lebens und es vergehen ihm die Gedanken als er wieder zu sich selbst kam lag er auf seinem dürftigen Bettlein vor ihm stand aber der Konrektor Paulmann und sprach was treiben sie denn um des Himmels willen für tolles Zeug lieber Herr Anselmus Ende der zweiten Vigilie aufgenommen von Boris Greff dritte Vigilie von der goldene Top von ETA Hoffmann diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Boris Greff dritte Vigilie Nachrichten von der Familie des Archivarius Lindhorst Veronikas blaue Augen Der Registrator Heerbrand Der Geist schaute auf das Wasser Da bewegte es sich und brauste in schäumenden Wogen und stürzte sich donnernd in die Abgründe die ihren schwarzen Rachen aufsperrten es gierig zu verschlingen Wie triumphierende Sieger hoben die Granitfelsen ihre zackig gekrönten Häupter empor das Tal schützend bis es die Sonne in ihren mütterlichen Schoß nahm und es umfassend mit ihren Strahlen wie mit grünen Armen pflegte und wärmte Da erwachten tausend Keime die unter dem öden Sande geschlummert aus dem tiefen Schlafe und streckten ihre grünen Blättlein und Halme zum Angesicht der Mutter hinauf und wie lächelnde Kinder in grüner Wiege ruhten in den Blüten und Knospen Blümlein bis auch sie von der Mutter geweckt erwachten und sich schmückten mit den Lichtern die die Mutter ihnen zur Freude auf tausendfache Weise bunt gefärbt aber in der Mitte des Tals war ein schwarzer Hügel der hob sich auf und nieder wie die Brust des Menschen wenn glühende Sehnsucht sie schwellt aus den Abgründen rollten die Dünste empor und sich zusammenballend in gewaltige Massen strebten sie das Angesicht der Mutter feindlich zu verhüllen die rief aber den Sturm herbei der fuhr zerstäubend unter sie und als der reine Strahl wieder den schwarzen Hügel berührte da brach im Übermaß des Entzückens eine herrliche Feuerlilie hervor die schönen Blätter wie holzselige Lippen öffnend der Mutter süße Küsse zu empfangen nun schritt ein glänzendes Leuchten in das Tal es war der Jüngling Phosphorus den sah die Feuerlilie und muss vergehen wenn du mich verläss ist da sprach der Jüngling Phosphorus ich will dein sein du schöne Blume aber dann wirst du wie ein entartet Kind Vater und Mutter verlassen du wirst deine Gespiele nicht mehr kennen du wirst größer und mächtiger sein wollen als alles was sich jetzt als deines gleichen mit dir freut die Sehnsucht die jetzt dein ganzes Wesen wohltätig erwärmt wird in hundert Strahlen zerspaltet dich quälen und martern denn der Sinn wird die Sinne gebären und die höchste Wonne die der Funke entzündet den ich in dich hineinwerfe ist der hoffnungslose Schmerz in dem du untergehst um aufs neue fremdartig empor zu keimen dieser Funke ist der Gedanke ach klagte die wie sie jetzt in mir brennt dein sein kann ich dich denn mehr lieben als jetzt und kann ich dich denn schauen wie jetzt wenn du mich vernichtest da küßte sie der jüngling phosphorus und wie vom lichte durchstrahlt loderte sie auf in Flammen aus denen ein fremdes Wesen hervorbrach das schnell dem tale entfliehend im unendlichen raume herumschwärmte sich nicht kümmernd um die verlorene geliebte denn auch ihn brachte er nur die unendliche liebe zu der schönen lilie in das einsame tal und die granitfelsen neigten ihre häupter teilnehmend vor dem jammer des jünglings aber einer öffnete seinen schoß und es kam ein schwarzer geflügelter drache rauschend herausgeflattert und sprach meine brüder die metalle schlafen da drinnen aber ich bin stets munter und wach und will dir helfen sich auf und niederschwingend errscht er endlich der drache das lesen das der lilie entsprossen trug es auf den hügel und umschloß es mit seinem fittich da war es wieder die lilie aber der bleibende gedanke zerriss ihr innerstes und die liebe zu dem jüngling phosphors war ein schneidender jammer vor dem von giftigen dünsten angehaucht die blümlein die sonst sich ihres blickes gefreut verwelkten und starben der jüngling phosphorus legte eine glänzende rüstung an die in tausend farbigen strahlen spielte und kämpfte mit dem drachen der mit seinem schwarzen fittich an den panzer schlug das erhell erklang und von dem mächtigen klange lebten die blümlein wieder auf und flatterten wie bunte der jüngling phosphorus umschlang sie voll glühenden verlangen himmlischer liebe und im hochjubelnden hymnus huldigten ihr die blumen die vögel ja selbst die hohen granitfelsen als königin des tals erlauben sie das ist doch orientalischer schwulst werter archivarius sagte der registrator herbrand und wir baten denn doch sie sollten wie sie sonst wohl zu tun pflegen uns etwas aus ihren reise abenteuern und zwar etwas wahrhaftiges erzählen nun was denn erwiderte der archivarius lindhorst das was ich soeben erzählt ist das wahrhaftigste was ich euch auftischen kann ihr leute und gehört in gewisser art auch zu meinem leben denn ich stamme eben aus jenem tale her und die feuerlilie die zuletzt als königin herrschte ist meine ur 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 großmutter weshalb ich denn auch eigentlich ein prinz bin alle brachen in ein schallendes gelächter aus ja lacht nur recht herzlich fuhr der archivarius lindhorst fort euch mag wohl das was ich freilich nur in ganz dürftigen zügen erzählt habe unsinnig und toll vorkommen aber es ist dessen unerachtet nichts weniger als ungereimt oder auch nur allegorisch gemeint sondern buchstäblich wahr hätte ich aber gewusst dass euch die herrliche liebesgeschichte der auch ich meine entstehung zu verdanken habe so wenig gefallen würde so hätte ich lieber manches neue mitgeteilt das mir mein bruder beim gestrigen besuch mitbrachte ei wie das haben sie denn einen bruder herr archivarius wo ist er denn wo lebt er auch in königlichen diensten oder vielleicht ein privatisierender gelehrter so fragte man von allen seiten nein erwiderte der archivarius ganz kalt und gelassen eine prise nehmend er hat sich auf die schlechte seite gelegt und ist unter die drachen gegangen wie beliebt sind sie doch zu sagen wert ist der archivarius nahm der registrator her brand das wort unter die drachen unter die drachen halte es von allen seiten wie ein echo nach ja unter die drachen fuhr der archivarius in torst fort eigentlich war es desperation sie wissen meine herren dass mein vater vor ganz kurzer zeit starb es sind nur höchstens 385 jahre her weshalb ich auch noch trauer trage der hatte mir dem liebling einen prächtigen onix vermacht den durchaus mein bruder haben wollte wir zankten uns bei der leiche des vaters darüber auf eine ungebührliche weise bis der selige der die geduld verlor aufsprang und den bösen bruder die treppe hinunter warf das wurmte meinen bruder und er ging stehenden fußes unter die drachen jetzt hält er sich in einem zypressenwalde dicht bei tunis auf dort hat er einen berühmten mystischen karfunkel zu bewachen dem nekromant im garten seine salamanderbeete besorgt abkommen kann um mir in der geschwindigkeit zu erzählen was es gutes neues an den quellen des nils gibt zum zweiten male brachen die anwesenden in ein schallendes gelächter aus aber dem studenten anselmus wurde ganz unheimlich zumute und er konnte dem archivarius lindhorst kaum in die starren ernsten augen sehen ohne innerlich auf eine ihm selbst unbegreifliche weise zu erbeben zumal hatte die raue aber sonderbar metallartig tönende stimme des archivarius lindhorst für ihn etwas geheimnisvoll eindringendes das er mark und pein erzittern fühlte der eigentliche zweck weshalb ihn der registrator herbrannt mit in das kaffee ausgenommen hatte schien heute nicht erreichbar zu sein nach jenem vorfall vor dem hause des archivarius lindhorst war nämlich der student anselmus nicht dahin zu vermögen gewesen den besuch zum zweiten male zu wagen denn nach seiner innersten überzeugung hatte nur der zufall ihn wo nicht vom tode doch von der gefahr wahnwitzig zu werden befreit der konrektor paulmann war eben durch die straße gegangen als er ganz von sinnen vor der haustür lag und ein altes weib die ihren kuchen und äpfelkorb beiseite gesetzt um ihn beschäftigt war der konrektor paulmann hatte sogleich eine porchese herbeigerufen und ihn so nach hause transportiert man mag von mir denken was man will sagte der student anselmus man mag mich für eine narren halten oder nicht genug an dem türklopfer grinste mir das vermalledeite gesicht der hexe vom schwarzen tor entging was nachher geschah davon will ich lieber gar nicht reden aber wäre ich aus meiner ohnmacht erwacht und hätte das verwünschte äpfelweib vor mir gesehen denn niemand anders war doch das alte um mich beschäftigte weib mich hätte augenblicklich der schlag gerührt oder ich wäre wahnsinnig geworden alles zureden alle vernünftige vorstellungen des konrektors paulmann und des registrators herbrannt fruchteten gar nichts und selbst die blauäugige veronika vermochte nicht ihn aus einem gewissen tiefsinnigen zustande zu reißen in den er versunken man hielt ihn nun in der tat für seelenkrank und sann auf mittel ihn zu zerstreuen worauf der registrator herbrannt meinte dass nichts dazu dienlicher sein könne als die beschäftigung bei dem archivarius lindhorst nämlich das nachmalen der manuskripte es kam nur darauf an den studenten anselmus auf gute art dem archivarius lindhorst bekannt zu machen und da der registrator herbrannt wusste dass dieser beinahe jeden abend ein gewisses bekanntes kaffeehaus besuchte so lud er den studenten anselmus ein jeden abend so lange auf seine des registrators kosten in jedem kaffeehause ein glas bier zu trinken und eine pfeife zu rauchen bis er auf diese oder jene art dem archivarius bekannt und mit ihm über das geschäft des abschreibens der manuskripte einig worden welches der den jungen menschen zur raison bringen sagte der konrektor paulmann gottes lohn wiederholte veronika indem sie die augen fromm zum himmel erhub und lebhaft daran dachte wie der student anselmus schon jetzt ein rechtartiger junger mann sei auch ohne raison als der archivarius lindhorst eben mit hut und stock zur tür hinaus schreiten wollte da ergriff der registrator herband den studenten anselmus rasch bei der hand und mit ihm dem archivarius den weg vertreten sprach er geschätztester herr geheimer archivarius hier ist der student anselmus der ungemein geschickt im schönen schreiben und zeichnen ihre seltenen manuskripte kopieren will das ist mir ganz ungemein lieb erwiderte der archivarius lindhorst rasch warf den dreieckigen soldatischen hut auf den kopf und eilte den registrator herbrand und den und die stubentür anguckten die er dicht vor ihnen zugeschlagen daß die angeln klirrten das ist ja ein ganz wunderlicher alter man sagte der registrator herbrand wunderlicher alter man stotterte der student anselmus nach fühlend wie ein eistrom ihm durch alle adern fröstelte daß er beinahe zu starren bildsäule worden aber alle gäste lachten und sagten der archivarius war heute einmal wieder in seiner besonderen laune morgen ist er gewiss sanftmütig und spricht kein wort sondern sieht in die dampfwirbel seiner pfeife oder liest zeitungen man muss sich daran gar nicht kehren das ist auch wahr dachte der student anselmus wer wird sich an so etwas kehren hat der archivarius nicht gesagt es sei ihm ganz ungemein lieb dass ich seine Manuskripte kopieren wolle und warum vertrat ihm auch der registrator herbrand den weg als er gerade nach hause gehen wollte nein nein es ist ein lieber mann im grunde genommen der herr geheime archivarius lindhorst und liberal erstaunlich nur kurios in besonderlichen redensarten allein was schadet das mir morgen gehe ich hin punkt 12 uhr und setzten sich 100 bronzierte äpfelweiber dagegen ende der dritten Vigilie aufgenommen von boris greff vierte Vigilie von der goldene topf von et a hoffmann diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von boris greff vierte Vigilie melancholie des studenten anselmus der smaragdene spiegel wie der archivarius lindhorst als stoßgeier davonflog und der student anselmus niemandem begegnete wohl darf ich gerade zu dich selbst günstiger leser fragen ob du in deinem leben nicht stunden ja tage und wochen hattest in denen dir all dein gewöhnliches tun und treiben ein recht quälendes missbehagen erregte und in denen dir alles was dir sonst recht wichtig und wert in sinn und gedanken zu tragen vorkam nun läppisch und nichts würdig erschienen du wusstest dann selbst nicht was du tun und wohin du dich wenden solltest ein dunkles gefühl es müsse irgendwo und zu irgendeiner zeit ein hoher den kreis alles irdischen genusses überschreitender wunsch erfüllt werden den der geist wie ein streng gehaltenes furchtsames kind gar nicht auszusprechen wage erhob deine brust und in dieser sehnsucht nach dem unbekannten etwas das dich überall wo du gingst und standest wie ein duftiger traum mit durchsichtigen vor dem schärferen blick zerfließenden gestalten umschwebte verstummtest du für alles was dich hier umgab du schlichst mit trübem blick umher wie ein hoffnungslos liebender und alles was du die menschen auf allerlei weise im bunten gewühl als gehörtest du nicht mehr dieser welt an ist dir günstiger leser jemals so zumute gewesen so kennst du selbst aus eigener erfahrung den zustand in dem sich der student anselmus befand überhaupt wünschte ich es wäre mir schon jetzt gelungen dir geneigter leser den studenten anselmus recht lebhaft vor augen zu bringen denn in der tat ich habe in den nachtwachen die ich dazu verwende seine höchst sonderbare geschichte aufzuschreiben noch so viel wunderliches dass wie eine spukhafte erscheinung das alltägliche leben ganz gewöhnlicher menschen ins blaue hinausrückte zu erzählen dass mir bange ist du wirst am ende weder an den studenten anselmus noch an den archivarius nintors glauben ja wohl gar einige ungerechte zweifel gegen den konrektor paulmann und den registrator versuche es geneigter leser in dem feenhaften reiche voll herrlicher wunder die die höchste wonne sowie das tiefste entsetzen in gewaltigen schlägen hervorrufen ja wo die ernste göttin ihren schleier lüftet daß wir ihr antlitz zu schauen wähnen aber ein lächeln schimmert oft aus dem ernsten blick und das ist der neckhafte scherz der in allerlei verwirrendem zauber mit uns spielt so wie die mutter oft mit ihren liebsten kindern tendelt ja in diesem reiche das uns der geist so oft wenigstens im traume aufschließt versuche es geneigter leser die bekannten gestalten wie sie täglich wie man zu sagen pflegt im gemeinen leben um dich her wandeln wieder zu erkennen du wirst dann glauben dass dir jenes herrliche reich viel näher liege als du sonst zusammen geschichte des studenten anselmus anzudeuten strebe also wie gesagt der student anselmus geriet seit jenem abende als er den archivarius lindhorst gesehen in ein träumerisches hinbrüten das ihn für jede äußere berührung des gewöhnlichen lebens unempfindlich machte er fühlte wie ein unbekanntes etwas in seinem innersten sich regte und ihm jenen wonnevollen schmerz verursachte der eben die sehnsucht ist welche dem menschen ein anderes höheres sein verheißt am liebsten war es ihm wenn er allein durch wiesen und wälder schweifen und wie losgelöst von allem was ihn an sein dürftiges leben fesselte nur im anschauen der mannigfachen bilder die aus seinem inneren stiegen sich gleichsam selbst wiederfinden konnte so kam es denn dass er einst von einem weiten spaziergang erheimkehrend bei jenem merkwürdigen holunderbusch vorüberschritt unter dem er damals wie von feierei befangen so viel seltsames sah er fühlte sich wunderbarlich von dem grünen heimatlichen rasenfleck angezogen aber kaum hatte er sich da selbst niedergelassen als alles was er damals wie in einer himmlischen verzickung geschaut und das wie von einer fremden gewalt aus seiner Seele verdrängt worden ihm wieder in den lebhaftesten farben vorschwebte als sähe er es zum zweiten mal ja noch deutlicher als damals war es ihm daß die holzseligen blauen augen der goldgrünen schlange angehörten die in der mitte des holunderbaums sich emporwand und daß in den windungen des schlanken leibes all die herrlichen kristall glockentöne hervorblitzen mußten die ihn mit wonne und entzücken erfüllten so wie damals am himmelfahrtstage umfasste er den holunderbaum und rief in die zweige und blätter hinein ach nur noch einmal schlänge und schlinge und winde dich du holdes grünes schlänglein in den zweigen daß ich dich schauen mag nur noch einmal blicke mich an mit deinen holzseligen augen ach ich liebe dich ja und muss in Trauer und Schmerz vergehen wenn du nicht wieder kehrst alles blieb jedoch stumm und still und wie damals rauschte der holunderbaum nur ganz unvernehmlich mit seinen zweigen und blättern aber dem studenten anselmus war es als wisse er nun was sich in seinem innern so rege und bewege ja was seine brust so im schmerz einer unendlichen sehnsucht zerreiße ist es denn etwas anderes sprach er als dass ich dich so ganz mit voller seele bis zum tode liebe du herrliches goldenes schlänglein ja dass ich ohne dich nicht zu leben vermag und vergehen muss in hoffnungsloser not wenn ich dich nicht wieder sehe dich nicht habe wie die geliebte meines herzens aber ich weiß es du wirst mein und dann alles was herrliche träume aus einer anderen höhern welt mir verheißen erfüllt sein nun ging der student anselmus jeden abend wenn die sonne nur noch in die spitzen der bäume ihr funkelndes gold streute unter den holunder baum und rief aus tiefer brust mit ganz kläglichen tönen in die blätter und zweige hinein nach der holden geliebten dem goldgrünen schlänglein als er dieses wieder einmal nach gewöhnlicher weise trieb stand plötzlich ein langer hagerer mann in einen weiten lichtgrauen überrock gehüllt vor ihm und rief indem er ihn mit seinen großen feurigen augen anblitzte hei hei was klagt und winselt denn da hei hei das ist ja herr anselmus der meine manuskripte kopieren will der student anselmus erschrak nicht wenig vor der gewaltigen stimme denn es war ja dieselbe die damals am himmelfahrt tage gerufen hei hei was ist das für ein gemunkel und geflüster etc er konnte vor staunen und schreck kein wort herausbringen nun was ist ihnen denn herr anselmus fuhr der archivarius lindhorst fort niemand anders war der mann im weißgrauen überrock was wollen sie von dem holunderbaum und warum sind sie denn nicht zu mir gekommen um ihre arbeit anzufangen wirklich hatte der student anselmus es noch nicht über sich vermocht den archivarius lindhorst wieder in seinem Hause aufzusuchen unerachtet er sich jeden abend ganz dazu ermutigt in diesem augenblick aber als er seine schönen träume und noch dazu durch dieselbe feindselige stimme die schon damals ihm die geliebte geraubt zerrissen sah erfaßte ihn eine art verzweiflung und erbrach ungestümlos sie sie mögen sie mögen mich nun für wahnsinnig halten oder nicht herr archivarius das gilt mir ganz gleich aber hier auf diesem baume erblickte ich am himmelfahrtstage die goldgrüne schlange ach die ewig geliebte meiner seele und sie sprach zu mir in herrlichen kristalltönen aber sie sie herr archivarius schrien und riefen so erschrecklich übers wasser her wie das mein gönner unterbrach ihn der archivarius lindhorst indem er ganz sonderbar lächelnd eine prise nahm der student anselmus fühlte wie seine brust sich erleichterte als es ihm nur gelungen von jenem wunderbaren abenteuer anzufangen und es ihm als sei es schon ganz recht daß er den archivarius geradezu beschuldigt er sei es gewesen der so aus der ferne gedonnert er nahm sich zusammen sprechend nun so will ich denn alles erzählen was mir an dem himmelfahrts abende verhängnisvoll begegnet und dann mögen sie reden und tun und überhaupt denken über mich was sie wollen er erzählte nun wirklich die ganze wunderliche bis zum entfliehen der drei goldgrünen schlangen übers wasser und wie ihn nun die menschen für betrunken oder wahnsinnig gehalten das alles schloß der student anselmus habe ich wirklich gesehen und tief in der brust ertönen noch im hellen nachklang die lieblichen stimmen die zu mir sprachen es war keinesweges ein traum und soll ich nicht vor liebe und sehnsucht sterben so muß ich an die goldgrünen schlangen glauben und erachtet ich an ihrem lächeln werter herr archivarius wahrnehme daß sie eben diese schlangen nur für ein erzeugnis meiner erhitzten überspannten einbildungskraft halten mitnichten erwiderte der archivarius in der größten ruhe und gelassenheit die goldgrünen schlangen die sie herr anselmus in dem holunderbusch gesehen waren nun eben meine drei töchter und dass sie sich in die blauen augen der jüngsten serpentina genannt gar sehr verliebt das ist nun wohl klar ich wusste es übrigens schon am himmelfahrtstage und da mir zu hause am arbeitstisch sitzend des gemunkels und geklingels zu viel wurde rief ich den losen dirnen zu dass es zeit sei nach hause zu eilen denn die sonne ging schon unter und sie hatten sich genug mit singen und strahlen trinken erlustigt dem studenten anselmus war es als würde ihm nur etwas mit deutlichen worten gesagt was er längst geahnet und ob er gleich zu bemerken glaubte dass sich holunderbusch mauer und rasenboden und alle gegenstände ringsumher leise zu drehen anfingen so raffte er sich doch zusammen und wollte etwas reden aber der archivarius ließ ihn nicht zu worte kommen sondern zog schnell den handschuh von der linken hand herunter und indem er den in wunderbaren funken und flammen blitzenden stein eines ringes dem studenten vor die augen hielt sprach er schauen sie her werter herr anselmus sie können darüber was sie erblicken eine freude haben der student anselmus schaute hin und oh wunder der stein warf wie aus einem brennenden fokus strahlen ringsumher und die strahlen verspannen sich zum hellen leuchtenden kristallspiegel in dem in mancherlei bindungen bald einander fliehend bald sich ineinander schlingend die drei goldgrünen schlänglein tanzten und hüpften und wenn die schlanken in tausend funken blitzenden leiber sich berührten da erklangen herrliche akkorde wie kristallglocken und die mittelste streckte wie voll sehnsucht und verlangen das köpfchen zum spiegel heraus und die dunkelblauen augen sprachen kennst du mich denn glaubst du denn an mich anselmus nur in dem glauben ist die liebe kannst du denn lieben oh serbentiner serbentiner schrie der student anselmus in wahnsinnigem entzücken aber der archivarius linterrost hauchte schnell auf den spiegel da fuhren in elektrischem geknister die strahlen in den fokus zurück und an der hand blitzte nur wieder ein kleiner smaragd über den der archivarius den handschuh zog haben sie die goldenen schlänglein gesehen herr anselmus fragte der archivarius linterst ach gott ja erwiderte der student und die holde liebliche serbentiner still fuhr der archivarius linterst fort genug für heute übrigens können sie ja wenn sie sich entschließen wollen bei mir zu arbeiten meine töchter oft genug sehen oder vielmehr ich will ihnen dies wahrhaftige vergnügen verschaffen wenn sie sich bei der arbeit recht brav halten das heißt mit der größten genauigkeit und reinheit jedes zeichen kopieren aber sie kommen ja gar nicht zu mir unerachtet mir der registrator herr brand versicherte sie würden sich nächstens einfinden und ich deshalb mehrere tage vergebens gewartet so wie der archivarius linterst den namen herr brand nannte war es dem studenten anselmus erst wieder als stehe er wirklich mit beiden füßen auf der erde und er wäre wirklich der student anselmus und der vor ihm stehende mann der archivarius linterst der gleichgültige ton in dem dieser sprach hatte im grellen kontrast mit den wunderbaren erscheinungen die er wie ein wahrhafter rekromanter hervorrief etwas grauenhaftes das durch den stechenden blick der funkelnden augen die aus den knöchernen höhlen des magern runzlichten gesichts wie aus einem gehäuse hervor strahlten noch erhöht wurde und den studenten ergriff mit macht dasselbe unheimliche gefühl welches sich seiner schon auf dem kaffeehause bemeisterte als der archivarius so viel abenteuerliches erzählte nur mit mühe fasste er sich und als der archivarius nochmals fragte nun warum sind sie denn nicht zu mir gekommen da erhielt er es über sich alles zu erzählen was ihm an der haustür begegnet lieber herr anselmus sagte der archivarius als der student seine erzählung geendet lieber herr anselmus ich kenne wohl das äpfelweib von der sie zu sprechen belieben es ist eine fatale kreatur die mir allerhand possen spielt und dass sie sich hat bronzieren lassen um als türklopfer die mir angenehmen besuche zu verscheuchen das ist in der tat sehr arg und nicht zu leiden wollten sie doch werter herr anselmus wenn sie morgen um zwölf uhr zu mir kommen und wieder etwas von dem angrinsen und anschnarren vermerken ihr gefälligst was weniges von diesem liquor auf die nase tröpfeln dann wird sich sogleich alles geben und nun adieu lieber herr anselmus ich gehe etwas rasch deshalb will ich ihnen nicht zumuten mit mir nach der stadt zurückzukehren adieu auf wiedersehen morgen um zwölf uhr der archivarius hatte dem studenten anselmus ein kleines fläschchen mit einem goldgelben liquor gegeben und nun schritt er rasch von dannen so daß er in der tiefen dämmerung die unterdessen eingebrochen mehr in das tal hinab zu schweben als zu gehen schien schon mal in der nähe des koselischen gartens da setzte sich der wind in den weiten überrock und trieb die schöße auseinander daß sie wie ein paar große flügel in den lüften flatterten und es dem studenten anselmus der verwunderungsvoll dem archivarius nachsah vorkam als breite ein großer vogel die fittiche aus zum raschen fluge wie der student nun so in die dämmerung hinein startete da erhob sich mit krächzendem geschrei ein weißgrauer geier hoch in die lüfte und er merkte nun wohl daß das weiße geflatter was er noch immer für den davonschreitenden archivarius gehalten schon eben der geier gewesen sein müsse unerachtet er nicht begreifen konnte wurde in der archivarius mit einem mal hingeschwunden er kann aber auch selbst in person davon geflogen sein der archivarius lindhorst sprach der student anselmus zu sich selbst denn ich sehe und fühle nun wohl daß alle die fremden gestalten aus einer fernen wundervollen welt die ich sonst nur in ganz besonderen merkwürdigen träumen schaute jetzt in mein waches reges leben geschritten sind und ihr spiel mit mir treiben dem sei aber wie ihm wolle du lebst und glühst in meiner brust holde liebliche serpentina nur du kannst die unendliche sehnsucht stillen die mein innerstes zerreißt ach wann werde ich in dein holzseliges auge blicken liebe liebe serpentina so rief der student anselmus ganz laut das ist ein schnöder unchristlicher name murmelte eine bassstimme neben ihm die einem heimkehrenden spaziergänger gehörte der student anselmus zu rechter zeit erinnert wo er war eilte raschen schrittes von dannen indem er bei sich selbst dachte wäre es nicht ein rechtes unglück wenn mir jetzt der konrektor paulmann oder der registrator herbrand begegnete aber er begegnete keinem von beiden ende der vierten vigilie aufgenommen von boris greff fünfte vigilie von der goldene top von eta hoffmann diese libri box aufnahme ist in der public domain aufgenommen von boris greff fünfte vigilie die frau hofrätin anselmus cicero de officiis mehr katzen und anderes gesindel die alte lise das equinoxium mit dem anselmus ist nun einmal in der welt nichts anzufangen sagte der konrektor paulmann alle meine guten lehren alle meine ermahnungen sind fruchtlos er will sich ja zu gar nichts applizieren unerachtet er die besten schulstudier besitzt die denn doch die grundlage von allem sind aber der registrator herbrand erwiderte schlau und geheimnisvoll lächelnd lassen sie dem anselmus doch nur raum und zeit wertester konrektor das ist ein kurioses subjekt aber es steckt viel in ihm und wenn ich sage viel so heißt das ein geheimer sekretär oder wohl gar ein hofrat hof fing der konrektor im größten erstaunen an das wort blieb ihm stecken still still fuhr der registrator herbrand fort ich weiß was ich weiß schon seit zwei tagen sitzt er bei dem archivarius lindhorst und kopiert und der archivarius sagte gestern abend auf dem kaffeehause zu mir sie haben mir einen wackern mann empfohlen verehrter aus dem wird was und nun bedenken sie das archivarii konnexionen still still sprechen wir uns übers jahr mit diesen worten ging der registrator im fortwährenden schlauen lächel zur tür hinaus und ließ den vor erstaunen und neugierde verstummten konrektor im stuhle festgebannt sitzen aber auf veronika hatte das gespräch einen ganz eigenen eindruck gemacht habe ich's denn nicht schon immer gewußt dachte sie dass der herr anselmus ein recht gescheiter liebenswürdiger junger mann ist aus dem noch was groß wird wenn ich nur wüsste ob er mir wirklich gut ist aber hat er mir nicht jenen abend als wir über die elbe fuhren zweimal die hand gedrückt hat er mich nicht im duett angesehen mit solchen ganz sonderbaren blicken die bis ins herz drangen ja ja er ist mir wirklich gut und ich veronika überließ sich ganz wie junge mädchen wohl pflegen den süßen träumen von einer heitern zukunft sie war frau hofrätin bewohnte ein schönes logis in der schlossgasse oder auf dem neumarkt oder auf der moritzstraße der moderne hut der neue türkische schal stand ihr vortrefflich sie frühstückte im eleganten negligee im erker der köchin die nötigen befehle für den tag erteilend aber daß sie mir die schüssel nicht verdirbt es ist des herrn hofrats leib essen vorübergehende elegance schielen herauf sie hört deutlich es ist doch eine göttliche frau die hofrätin wie ihr das spitzen häubchen so allerliebst steht die geheime rätin y schickt den bedienten und lässt fragen ob es der frau hofrätin gefällig wäre heute ins linkische bar zu fahren viel empfehlungen es täte mir unendlich leid ich sei schon engagiert zum tee bei der präsidentin tz da kommt der hofrat anselmus der schon früh in geschäften ausgegangen zurück er ist nach der letzten mode gekleidet wahrhaftig schon zehn ruft er indem er die goldene uhr repetieren lässt und der jungen frau einen kuss gibt wie geht's liebes weibchen weißt du auch was ich für dich habe fährt er schäkern fort und zieht ein paar herrliche nach der neuesten art gefasste ohrringe aus der westentasche die er ihr statt der sonst getragenen gewöhnlichen einhängt ach die schönen niedlichen ohrringe ruft veronica ganz laut und springt die arbeit wegwerfend vom stuhl auf um in dem spiegel die ohrringe wirklich zu beschauen nun was soll denn das sein sagte der konrektor paulmann der eben in cicero de officiis vertieft weil er das buch fallen lassen man hat ja anfälle wie der anselmus aber da trat der student anselmus der wieder seine gewohnheit sich mehrere tage nicht sehen lassen ins zimmer zu veronikas schreck und erstaunen denn in der tat war er in seinem ganzen wesen verändert mit einer gewissen bestimmtheit die ihm sonst gar nicht eigen sprach er von ganz anderen tendenzen seines lebens die ihm klar worden von den herrlichen aussichten die sich ihm geöffnet die manche aber gar nicht zu schauen vermöchte der konrektor paulmann wurde der geheimnisvollen rede des registrators herbrand gedenkend noch mehr betroffen und konnte kaum eine silbe hervorbringen als der student anselmus nachdem er einige worte von dringender arbeit bei dem archivarius lindhorst fallen lassen und der veronika mit eleganter gewandtheit die hand geküsst schon die treppe hinunter auf und von dannen war das war ja schon der hofrat murmelte veronika in sich hinein und er hat mir die hand geküsst ohne dabei auszugleiten oder mir auf den fuß zu treten wie sonst er hat mir einen recht zärtlichen blick zugeworfen er ist mir wohl in der tat gut veronika überließ sich aufs neue jener träumerei indessen war es als träte immer eine feindselige gestalt unter die lieblichen erscheinungen wie sie aus dem künftigen häuslichen leben als frau hofrätin hervorgingen und die gestalt lachte recht höhnisch und sprach das ist ja alles recht dummes ordinäres zeug und noch dazu erlogen denn der anselmus wird niemand mehr hofrat und dein mann er liebt dich ja nicht unerachtet du blaue augen hast und einen schlanken wuchs und eine feine hand da goß sich ein eisstrom durch veronikas inneres und ein tiefes entsetzen vernichtete die behaglichkeit mit der sie sich nur noch erst im spitzenhäubchen und den eleganten ohrringen gesehen die tränen wären ihr beinahe aus den augen gestürzt und sie sprach laut ach es ist ja wahr er liebt mich nicht und ich würde nimmermehr frau hofrätin romanenstreiche romanenstreiche schrie der konrektor paulmann nahm hut und stock und eilte zornig von dannen das fehlte noch seufzte veronika und ärgerte sich recht über die zwölfjährige schwester welche teilnehmungslos an ihrem rahmen sitzend fortgestickt hatte unterdessen war es beinahe drei uhr geworden und nun gerade zeit das zimmer aufzuräumen und den kaffeetisch zu ordnen denn die mademoiselle osters hatten sich bei der freundin ansagen lassen aber hinter jedem schränkchen das veronika wegrückte hinter den notenbüchern die sie vom klavier hinter jeder tasse hinter der kaffeekanne die sie aus dem schrank nahm sprang jene gestalt wie ein allräunchen hervor und lachte höhnisch und schlug mit den kleinen spinnenfingern schnippchen und schrie er wird doch nicht dein mann er wird doch nicht dein mann und dann wenn sie alles stehen und liegen ließ und in die mitte des zimmers flüchtete sah es mit langer nase riesengroß hinter dem ofen hervor und knurrte und schnurrte er wird doch nicht dein mann hörst du denn nichts siehst du denn nichts schwester rief veronika die vor furcht und zittern gar nichts mehr anrühren mochte fränzchen stand ganz ernsthaft und ruhig vor ihrem stickrahmen auf und sagte was ist dir denn heute schwester du wirfst ja alles durcheinander das ist klippert und klappert ich muß dir nur helfen aber da traten schon die munten mädchen in vollem lachen herein und in dem augenblick wurde nun auch veronika gewahr dass sie den ofenaufsatz für eine gestalt und das knarren der übel verschlossenen ofentür für die feindseligen worte gehalten hatte von einem inneren entsetzen gewaltsam ergriffen konnte sie sich aber nicht so schnell erholen dass die freundinnen nicht ihre ungewöhnliche spannung die selbst ihre blässe ihr verstörtes gesicht verriet hätten bemerken sollen als sie schnell abbrechend von all dem lustigen das sie eben erzählen wollten in die freundinnen drangen was ihr denn um des himmels willen widerfahren mußte veronika eingestehen wie sie sich ganz besonderen gedanken hingegeben und plötzlich am hellen tage von einer sonderbaren gespenster vorricht die ihr sonst gar nicht eigen übermannt worden nun erzählte sie so lebhaft wie aus allen winkeln des zimmers ein kleines graues männchen sie geneckt und gehöhnt habe dass die mademoiselle ostern sich schüchter nach allen seiten um sahen und ihnen bald gar unheimlich und grausig zumute wurde da trat fränzchen mit dem dampfenden kaffee herein und alle drei sich schnell besinnen lachten über ihre eigene albernheit angelika so hieß die älteste oster war mit einem offizier versprochen der bei der armee stand und von dem die nachrichten so lange ausgeblieben dass man an seinem tode oder wenigstens an seiner schweren verwundung kaum zweifeln konnte dies hatte angelika in die tiefste betrübnis gestürzt aber heute war sie fröhlich bis zur ausgelassenheit worüber veronika sich nicht wenig wunderte und es ihr unverhohlen äußerte liebes mädchen sagte angelika glaubst du denn nicht dass ich meinen viktor immerdare im herzen in sinn und gedanken trage aber eben deshalb bin ich so heiter ach gott so glücklich so selig in meinem ganzen gemüte denn mein viktor ist wohl und ich sehe ihn in weniger zeit als rittmeister geschmückt mit den ehrenzeichen die ihm seine unbegrenzte tapferkeit erwarben wieder eine starke aber durchaus nicht gefährliche verwundung des rechten arms und zwar durch den säbelhieb eines feindlichen husaren verhindert ihn zu schreiben und der schnelle wechsel seines aufenthalts da er durchaus sein regiment nicht verlassen will macht es auch noch immer unmöglich mir nachricht zu geben aber heute abend erhält er die bestimmte weisung sich erst ganz heilen zu lassen er reist morgen ab umher zu kommen und indem er in den wagen steigen will erfährt er seine ernennung zum rittmeister aber liebe angelika fiel veronika ein das weißt du jetzt schon alles lache mich nicht aus liebe freundin fuhr angelika fort aber du wirst es nicht denn könnte nicht dir zur strafe gleich das kleine graue männchen dort hinter dem spiegel hervorgucken genug ich kann mich von dem glauben an gewisse geheimnisvolle dinge nicht los machen weil sie oft genug ganz sichtbarlich und handgreiflich möchte ich sagen in mein leben getreten vorzüglich kommt es mir denn nun gar nicht einmal so wunderbar und unglaublich vor als manchen anderen dass es leute geben kann denen eine gewisse sehr gabe eigen die sie durch ihnen bekannte untrügliche mittel in bewegung zu setzen wissen es ist hier am orte eine alte frau die diese gabe ganz besonders besitzt nicht so wie andere ihres gelichters prophezeit sie aus karten gegossenem blei oder aus dem kaffeesatze sondern nach gewissen vorbereitungen an denen die fragende person teilnimmt erscheint in einem hellpolierten metallspiegel ein wunderliches gemisch von allerlei figuren und gestalten welche die alte deutet und aus ihnen die antwort auf die frage schöpft ich war gestern abend bei ihr und erhielt jene nachrichten von meinem viktor an deren wahrheit ich nicht einen augenblick zweifle angelikas erzählung warf einen funkel in veronikas gemüt der schnell den gedanken entzündete die alte über den anselmus und über ihre hoffnungen zu befragen sie erfuhr dass die alte frau rauerin hieße in einer entlegenen straße vor dem seetor wohne durchaus nur dienstags mittwochs und freitags von sieben uhr abends dann aber die ganze nacht hindurch bis zum sonnenaufgang zu treffen sei und es gern sähe wenn man allein komme es war eben mittwoch und veronika beschloss unter dem vorwander die osters nach hause zu begleiten die alte aufzusuchen welches sie denn auch in der tat ausführte kaum hatte sie nämlich von den freundinnen die in der neustadt wohnten vor der elbe brücke abschied genommen als sie geflügelten schrittes vor das seetor eilte und sich in der beschriebenen abgelegenen engen straße befand an deren ende sie das kleine rote häuschen erblickte in welchem die frau rauerin wohnen sollte sie konnte sich eines gewissen unheimlichen gefühls ja eines inneren erbebens nicht erwehren als sie vor der haustür stand endlich raffte sie sich des inneren widerstrebens unerachtet zusammen und zog an der klingel worauf sich die tür öffnete und sie durch den finstern gang nach der treppe tappte die zum oberen stock führte wie es angelika beschrieben wohnt hier nicht die frau rauerin rief sie in den öden hausflur hinein als sich niemand zeigte da erscholl statt der antwort ein langes klares miau und ein großer schwarzer kater schritt mit hochgekrümmtem rücken den schweif in wellenringeln hin und her drehend gravitätisch vor ihr her bis an die stubentür die auf ein zweites miau geöffnet wurde ach sieh da töchterchen bist schon hier komm herein herein so rief die heraustretende gestalt deren anblick veronika an den boden festbande ein langes hageres in schwarz lumpen gehülltes weib in dem sie sprach wackelte das hervorragende spitze kinn verzog sich das zahllose maul von der knöchernen habichts nase beschattet zum grinsenden lächeln und leuchtende katzenaugen flackerten funken werfend durch die große brille aus dem bunten um den kopf gewickelten tuche starrten schwarze borstige haare hervor aber zum grässlichen erhoben das ekle antlitz zwei große brandflecke die sich von der linken backe über die nase wegzogen veronikas atem stockte und der schrei der gepressten brust luft machen sollte wurde zum tiefen seufzer als der hexeknochenhand sie ergriff und in das zimmer hinein zog drinnen regte und bewegte sich alles es war ein sinne verwirrendes quieken und miauen und gekrächze und gepiepe durcheinander die alte schlug in der faust auf den tisch und schrie stiller ihr gesinde und die meerkatzen kletterten winselnd auf das hohe himmelbett und die meerschweinchen liefen unter den ofen und der rabe flatterte auf den runden spiegel nur der schwarze kater als gingen ihnen die scheldworte nichts an blieb ruhig auf dem großen polsterschule sitzen auf den er gleich nach dem eintritt gesprungen so wie es still wurde ermutigte sich veronika es war ihr nicht so unheimlich als draußen auf dem flur ja selbst das weib schien ihr nicht mehr so scheußlich jetzt erst blickte sie im zimmer umher allerhand hässliche ausgestopfte tiere hingen von der decke herab unbekanntes seltsames geräte lag durcheinander auf dem boden und in dem kamin brannte ein blaues sparsames feuer das nur dann und wann in gelben funken empor knisterte aber dann rauschte es von oben herab und ekelhafte fledermäuse wie mit verzerrten lachenden menschengesichtern schwangen sich hin und her und zuweilen leckte die flamme herauf an der rustigen mauer und dann erklangen schneidende heulende jammertöne das veronika von angst und grausen ergriffen wurde mit verlauben am selten sagte die alte schmunzelnd erfasste einen großen wedel und besprengte nachdem sie ihn in einen kupfernen kessel getaucht den kamin da erlosch das feuer und wie von dickem rauch erfüllt wurde es stockfinster in der stube aber bald trat die alte die in ein kämmerchen gegangen mit einem angezündeten lichte wieder herein und veronika erblickte nichts mehr von den tieren von den gerätschaften es war eine gewöhnliche ärmlich ausstaffierte stube die alte trat ihr näher und sagte mit schnarrender stimme ich weiß wohl was du bei mir willst mein töchterchen was gilt es du möchtest erfahren ob du den anselmus heiraten wirst wenn er hofrat worden veronika erstarrt vor staunen und schrecken aber die alte fuhr fort du hast mir ja schon alles gesagt zu hause beim papa als die kaffeekanne vor dir stand ich war ja die kaffeekanne hast du mich denn nicht gekannt töchterchen höre lass ab lass ab von dem anselmus das ist ein garstiger mensch der hat meinen söhnlein ins gesicht getreten meinen lieben söhnlein den äpfelchen mit den roten backen die wenn sie die leute gekauft haben ihnen wieder aus den taschen in meinen korb zurückrollen er hältst mit dem alten er hat mir vorgestern den verdammten auripigment ins gesicht gegossen daß ich beinahe darüber erblindet du kannst noch die brandflecken sehen töchterchen lass ab von ihm lass ab er liebt dich nicht denn er liebt die goldgrüne schlange er wird niemals hofrat werden weil er sich bei den salamandern anstellen lassen und er will die grüne schlange heiraten lass ab von ihm lass ab veronika die eigentlich ein festes standhaftes gemüt hatte und mädchenhaften schreck bald zu überwinden wußte trat einen schritt zurück und sprach mit ernsthaftem gefassten ton alte ich habe von eurer gabe in die zukunft zu blicken gehört und wollte darum vielleicht zu neugierig und voreilig von euch wissen obwohl anselmus den ich liebe und hoch schätze jemals mein werden würde wollt ihr mich daher statt meinen wunsch zu erfüllen mit eurem tollen unsinnigen geschwätzchen necken so tut ihr unrecht denn ich habe nur gewollt was ihr anderen wie ich weiß gewertet da ihr wie es scheint meine innigsten gedanken wisset so wäre es euch vielleicht ein leichtes gewesen mir manches zu enthüllen was mich jetzt quält und ängstigt aber nach euren albernen verleumdungen des guten anselmus mag ich von euch weiter nichts erfahren gute nacht veronika wollte davon eilen da fiel die alte weinend und jammernd auf die knie nieder und rief das mädchen am kleide festhalten veronikchen kennst du denn die alte lese nicht mehr die dich so oft auf den armen getragen und gepflegt und gehätschelt veronika traute kaum ihren augen denn sie erkannte ihre freilich nur durch hohes alter und vorzüglich durch die brandflecke entstellte ehemalige wärterin die vor mehreren jahren aus des konrektor paulmanns hause verschwand die alte sah auch nun ganz anders aus sie hatte statt des hässlichen bunt gefleckten tuchs eine ehrbare haube und statt der schwarzen lumpen eine groß blumigte jacke an wie sie sonst wohl gekleidet gegangen sie stand vom boden auf und fuhr veronika in ihre arme nehmend fort es mag dir alles was ich dir gesagt wohl recht toll vorkommen aber es ist leider dem so der anselmus hat mir viel zu leide getan doch wieder sein willen er ist dem archivarius lindhorst in die hände gefallen und der will ihn mit seiner tochter verheiraten der archivarius ist mein größter feind und ich könnte dir allerlei dinge von ihm sagen die würdest du aber nicht verstehen oder dich doch sehr entsetzen er ist der weise mann aber ich bin die weise frau es mag darum sein ich merke nun wohl dass du den anselmus recht lieb hast und ich will dir mit allen kräften beistehen dass du recht glücklich werden und fein ins ehebette kommen sollst wie du es wünschst aber sage sie mir um des himmels willen lese fiel veronika ein still kind still unterbrach sie die alte ich weiß was du sagen willst ich bin das worden was ich bin weil ich es werden musste ich konnte nicht anders nun also ich kenne das mittel das den anselmus von der törichten liebe zur grünen schlange heilt und ihn als den liebenswürdigsten hofrat in deine arme führt aber du musst helfen sag es nur gerade heraus lese ich will ja alles tun denn ich liebe den anselmus sehr wispelte veronika kaum hörbar ich kenne dich fuhr die alte fort als ein beherztes kind vergebens habe ich dich mit dem wauwau zum schlaf treiben wollen denn gerade als dann öffnetest du die augen um den wauwau zu sehen du gingst ohne licht in die hinterste stube und erschrecktest oft in des vaters pudermantel des nachbars kinder nun also ist dir ernst durch meine kunst den archivarius lindhorst und die grüne schlange zu überwinden ist dir ernst den anselmus als hofrat deinen mann zu nennen so schleiche dich in der künftigen tag und nacht gleiche nachts um elf uhr aus des vaters hause und komme zu mir ich werde dann mit dir auf den kreuzweg gehen der unfern das feld durchschneidet wir bereiten das nötige und alles wunderliche was du vielleicht erblicken wirst soll ich nicht anfechten und nun töchterchen gute nacht der papa wartet schon mit der suppe veronika alte von dannen fest stand bei ihr der entschluss die nacht des äquinoxiums nicht zu versäumen denn dachte sie die lise hat recht der anselmus ist verstrickt in wunderliche bande aber ich erlöse ihn daraus und nenne ihn mein immerdar und ewiglich mein ist und bleibt er der hofrat anselmus ende der fünften vigilie aufgenommen von boris greff sechste vigilie von der goldene topf von eta hoffmann diese libri box aufnahme ist in der public domain aufgenommen von boris greff sechste vigilie der garten des archivarius lindhorst nebst einigen spottvögeln der goldene topf die englische kursivschrift schnöde hanenfüße der geisterfürst es kann aber auch sein sprach der student anselmus zu sich selbst dass der super feine starke magen die köhe den ich bei dem müsse können radi etwas begierig genossen all die tollen phantasmata geschaffen die mich vor der haustür des archivarius lindhorst ängsteten deshalb bleibe ich heute ganz nüchtern und will nun wohl allem weitern ungemacht das mir begegnen könnte trotz bieten so wie damals als er sich zum ersten besuch bei dem archivarius lindhorst rüstete steckte er seine federzeichnungen und kaligrafischen kunstwerke seine tuschstangen seine wohlgespitzten rabenfedern ein und schon wollte er zur tür hinausschreiten als ihm das fläschchen mit dem gelben liquor in die augen fiel das er von dem archivarius lindhorst erhalten da gingen ihm wieder all die seltsamen abenteuer welche er erlebt mit glühenden farben durch den sinn und ein namenloses gefühl von wonne und schmerz durchschnitt seine brust unwillkürlich rief er mit recht kläglicher stimme aus ach geh ich denn nicht zum archivarius nur um dich zu sehen du holde liebliche serpentina es war ihm in dem augenblick so als könne serpentinas liebe der preis einer mühevollen gefährlichen arbeit sein die er unternehmen müßte und diese arbeit sei keine andere als das kopieren der lindhorstischen manuskripte daß ihm schon bei dem eintritt ins haus oder vielmehr noch vor demselben allerlei wunderliches begegnen könne wie neulich davon war er überzeugt er dachte nicht mehr an konradis magenwasser sondern steckte schnell den liquor in die westentasche um ganz nach des archivarius vorschrift zu verfahren wenn das bronzierte äpfelweib sich unterstehen sollte ihn anzugrinsen erhob sich denn nicht auch wirklich gleich die spitze nase funkelte nicht die katzenaugen aus dem türdrücker als er ihn auf den schlag zwölf uhr ergreifen wollte da spritzte er ohne sich weiter zu bedenken den liquor in das fatale gesicht hinein und es glättete und plättete sich augenblicklich aus zum glänzenden kugelrunden türklopfer die tür ging auf die glocken läuteten gar lieblich durch das ganze haus klingling jüngling flink flink spring 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 klingling er stieg getrost die schöne breite treppe hinauf und weidete sich an dem duft des seltenen räucherwerks der durch das haus floß ungewiss blieb er auf dem flur stehen denn er wußte nicht an welche der vielen schönen türen er wohl pochen sollte da trat der archivarius lindhorst in einem weiten damastenen schlafrock heraus und rief nun es freut mich ja anselmus daß sie endlich wort halten kommen sie mir nur nach denn ich muß sie ja doch wohl gleich ins laboratorium führen damit schritt er schnell den langen flur hinauf und öffnete eine kleine seitentür die in einen korridor führte anselmus schritt getrost hinter dem archivarius her sie kamen aus dem korridor in einen saal oder vielmehr in ein herrliches gewächshaus denn von beiden seiten bis an die decke hinauf standen allerlei seltene wunderbare blumen ja große bäume mit sonderbar gestalteten blättern und blüten ein magisches blendendes licht verbreitete sich überall ohne daß man bemerken konnte wo es herkam da durchaus kein fenster zu sehen war so wie der student anselmus in die büsche und blumen hineinblickte schienen lange gänge sich in weiter ferne auszudehnen im tiefen dunkel dicker cypressenstauden schimmerten marmorbecken aus denen sich wunderliche figuren erhoben kristallenstrahlen hervorspritzend die plätschernd niederfielen in leuchtende lilienkelche seltsame stimmen rauschten und säuselten durch den wald der wunderbaren gewächse und herrliche düfte strömten auf und nieder der archivarius war verschwunden und anselmus erblickte nur einen riesenhaften busch glühender feuerlilien vor sich von dem anblick von den süßen düften des feengartens berauscht blieb anselmus festgezaubert stehen da fing es überall an zu kickern und zu lachen und feine stimmchen neckten und tönten herr studiosus herr studiosus wo kommen sie denn her warum haben sie sich denn so schön geputzt herr anselmus wollen sie eins mit uns plappern wie die großmutter das ei mit dem steiß zerdrückte und der junker einen klecks auf die sonntagsweste bekam können sie die neue arie schon auswendig die sie vom papa starrmatz gelernter anselmus sie sehen recht possierlich aus in der gläsernen perücke und den postpapierenden so rief und kickerte und neckte es aus allen winkeln hervor ja dicht neben dem studenten der nun erst wahrnahm wie allerlei bunte vögel ihn umflatterten und ihn so in vollem gelächter aushöhnten in dem augenblick schritt der feuerlilienbusch auf ihn zu und er sah daß es der archivarius lindhorst war dessen blumichter in gelb und rot glänzender schlafrock ihn nur getäuscht hatte verzeihen sie werter herrn selmus sagte der archivarius daß ich sie stehen ließ aber vorübergehend sah ich nur nach meinem schönen kaktus der diese nacht seine blüten aufschließen wird aber wie gefällt ihnen denn mein kleiner hausgarten ach gott über alle maßen schön ist es hier geschätzte herr archivarius erwiderte der student aber die bunten vögel mokieren sich über meine wenigkeit gar sehr was ist denn das für ein gewäsche rief der archivarius zornig in die büsche hinein da flatterte ein großer grauer papagei hervor und sich neben dem archivarius auf einen myrtenast setzend und ihn ungemein ernsthaft und gravitätisch durch eine brille die auf dem krummen schnabel saß anblickend schnarrte er nehmen sie es nicht übel herr archivarius meine mutwilligen buben sind einmal wieder recht ausgelassen aber der herr studiose sind selbst daran schuld denn still da still da unterbrach der archivarius den alten ich kenne die schelme aber er sollte sie besser in zucht halten mein freund gehen wir weiter herrn selmus noch durch manches fremdartig aufgeputzte gemach schritt der archivarius so daß der student ihm kaum folgen und einen blick auf all die glänzenden sonderbar geformte mobilien und anderen unbekannte sachen werfen konnte womit alles überfüllt war endlich traten sie in ein großes gemach in dem der archivarius den blick in die höhe gerichtet stehen blieb und anselmus zeit gewann sich an dem herrlichen anblick den der einfache schmuck dieses saals gewährte zu weiden aus den azurblauen wänden traten die goldbronsenen stämme hoher palmbäume hervor welche ihre kolossalen wie funkelndes maragdenglänzenden blätter oben zur decke wölbten in der mitte des zimmers ruhte auf drei aus dunkler bronze gegossenen ägyptischen löwen eine porphyrplatte auf welche ein einfacher goldener topf stand von dem als er ihn erblickte anselmus nun gar nicht mehr die augen weg wenden konnte es war als spielten in tausend schimmernden reflexen allerlei gestalten auf dem strahlend polierten golde manchmal sah er sich selbst mit sehnsüchtig ausgebreiteten armen ach neben dem holunderbusch serpentina schlängelte sich auf und nieder ihn anblickend mit den holzseligen augen anselmus war außer sich vor wahnsinnigem entzücken serpentina serpentina schrie er laut auf da wandte sich der archivarius lindhorst schnell um und sprach was meinen sie werter herr anselmus ich glaube sie belieben meine tochter zu rufen die ist aber ganz auf der anderen seite meines hauses in ihrem zimmer und hat soeben klavierstunde kommen sie nur weiter anselmus folgte beinah besinnungslos dem davonschreitenden archivarius er sah und hörte nichts mehr bis ihn der archivarius heftig bei der hand ergriff und sprach nun sind wir an ort und stelle anselmus erwachte wie aus einem traum und bemerkte nun daß er sich in einem hohen rings mit bücherschränken umstellten zimmer befand welches sich in keiner art von gewöhnlichen bibliothek und studierzimmern unterschied in der mitte stand ein großer arbeitstisch und ein gepolsterter lehnstuhl vor demselben dieses sagte der archivarius lindhorst ist vor der hand ihr arbeitszimmer ob sie künftig auch in dem anderen blauen bibliothekssaal in dem sie so plötzlich meiner tochter namen riefen arbeiten werden weiß ich noch nicht aber nun wünschte ich mich erst von ihrer fähigkeit die ihnen zugedachte arbeit wirklich meinem wunsch und bedürfnis gemäß auszuführen zu überzeugen der student anselmus ermutigte sich nun ganz und gar und zog nicht ohne innere selbstzufriedenheit und in der überzeugung in archivarius durch sein ungewöhnliches talent höchlich zu erfreuen seine zeichnungen und schreibereien aus der tasche der archivarius hatte kaum das erste blatt eine handschrift in der elegantesten englischen schreibmanier erblickt als er recht sonderbar lächelte und mit dem kopf verschüttelte das wiederholte er bei jedem folgenden blatte so dass dem studenten anselmus das blut in den kopf stieg und er als das lächeln zuletzt recht höhnisch und verächtigt wurde in vollem unmute losbrach der herr archivarius scheinen mit meinen geringen talente nicht ganz zufrieden lieber herr anselmus sagte der archivarius lindhorst sie haben für die kunst des schönschreibens wirklich treffliche anlagen aber vor der hand sehe ich wohl muss ich mehr auf ihren fleiß auf ihren guten willen rechnen als auf ihre fertigkeit es mag auch wohl an den schlechten materialien liegen die sie vermannt der student anselmus sprach viel von seiner sonst anerkannten kunstfertigkeit von chinesischer tusche und ganz auserlesenen rabenfedern da reichte ihm der archivarius lindhorst das englische blatt hin und sprach urteilen sie selbst anselmus wurde wie vom blitz getroffen als ihm seine handschrift so höchst miserabel vorkam da war keine ründe in den zügen kein druck richtig kein verhältnis der großen und kleinen buchstaben ja schülermäßige schnöde hanenfüße verdarben oft die sonst ziemlich geratene zeile und dann fuhr der archivarius lindhorst fort ist ihre tusche auch nicht haltbar er tunkte den finger in ein mit wasser gefülltes glas und indem er nur leicht auf die buchstaben tupfte war alles spurlos verschwunden dem studenten anselmus war es als schnüre ein ungetüm ihm die kehle zusammen er konnte kein wort herausbringen so stand er da das unglückliche blatt in der hand aber der archivarius lindhorst lachte laut auf und sagte lassen sie sich das nicht anfechten wertester herr anselmus was sie bisher nicht vollbringen konnten wird hier bei mir vielleicht besser sich fügen ohne dies finden sie ein besseres material als ihnen sonst wohl zu gebote stand fangen sie nur getrost an der archivarius lindhorst holte erst eine flüssige schwarze masse die einen ganz eigentümlichen geruch verbreitete sonderbar gefärbte scharf zugespitzte federn und ein blatt von besonderer weiße und glätte dann aber ein arabisches manuskript aus einem verschlossenen schrank herbei und so wie anselmus sich zur arbeit gesetzt verließ er das zimmer der student anselmus hatte schon öfters arabische schrift kopiert die erste aufgabe schien ihm daher nicht so schwer zu lösen wie die harnenfüße in meine schöne englische kursivschrift gekommen mag gott und der archivarius lindhorst wissen sprach er aber daß sie nicht von meiner hand sind darauf will ich sterben mit jedem worte das nun wohl gelungen auf dem pergamente stand wuchs sein mut und mit ihm seine geschicklichkeit in der tat schrieb es sich mit den federn auch ganz herrlich und die geheimnisvolle tinte floss rabenschwarz und gefügig auf das blendend weiße pergament als er nun so emsig und mit angestrengter aufmerksamkeit arbeitete wurde es ihm immer heimlicher in dem einsamen zimmer und er hatte sich schon ganz in das geschäft welches er glücklich zu vollenden hoffte geschickt als auf den schlag drei uhr ihn der archivarius in das nebenzimmer zu dem wohlbereiteten mittagsmahl rief bei tische war der archivarius lindhorst bei ganz besonderer heiterer laune er erkundigte sich nach des studenten anselmus freundin dem konrektor paulmann und dem registrator herbrand und wusste vorzüglich von dem netztern recht viel ergötzliches zu erzählen der gute alte rheinwein schmeckte dem anselmus gar sehr und machte ihn gesprächiger als er wohl sonst zu sein pflegte auf den schlag vier uhr stand er auf um an seine arbeit zu gehen und diese pünktlichkeit schien dem archivarius lindhorst wohl zu gefallen war ihm schon vor dem essen das kopieren der arabischen zeichen geglückt so ging die arbeit jetzt noch viel besser vonstatten ja er konnte selbst die schnelle und leichtigkeit nicht begreifen womit er die grausen züge der fremden schrift nachzumalen vermochte aber es war als flüstere aus dem innersten gemüte eine stimme in vernehmlichen worten ach könntest du denn das vollbringen wenn du sie nicht in sinn und gedanken trügest wenn du nicht an sie an ihre liebe glaubtest da wehte es wie in leisen leisen lispelnden kristallklängen durch das zimmer ich bin dir nahe 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 ich helfe dir sei mutig sei standhaft liebe anselmus ich mühe mich mit dir damit du mein werdest und so wie er voll innern entzückens die töne vernahm wurden ihm immer verständlicher die unbekannten zeichen er durfte kaum mehr hinein blicken in das original ja es war als stünden schon wie in blasser schrift die zeichen auf dem pergament und er dürfe sie nur mit geübter hand schwarz überziehen so arbeitete er fort von lieblichen tröstenden klängen wie vom süßen zarten hauch umflossen bis die glocke sechs uhr schlug und der archivarius lindhorst in das zimmer trat er ging sonderbar lächelnd an den tisch anselmus stand schweigend auf der archivarius sah ihn noch immer so wie in höhnendem spott lächelnd an kaum hatte er aber in die anschrift geblickt als das lächeln in dem tiefen feierlichen ernst unterging zu dem sich alle muskeln des gesichts verzogen bald schien er nicht mehr derselbe die augen welche sonst funkelndes feuer strahlten blickten jetzt mit unbeschreiblicher milde den anselmus an eine sanfte röte färbte die bleichen wangen und statt der ironie die sonst den mund zusammenpresste schienen die weich geformten anmutigen lippen sich zu öffnen zur weisheitsvollen ins gemüt dringenden rede die ganze gestalt war höher würdevoller der weite schlafrock legte sich wie ein königsmantel in breiten falten um brust und schultern und durch die weißen löckchen welche an der hohen offenen stirn lagen schlang sich ein schmaler goldner reif junger mensch fing der archivarius an im feierlichen ton junger mensch ich habe noch ehe du es ahntest all die geheimen beziehungen erkannt die dich an mein liebstes heiligstes fesseln serpentina liebt dich und ein seltsames geschick dessen verhängnisvollen faden feindliche mächtes spannen ist erfüllt wenn sie dein wird und wenn du als notwendige mitgift den goldenen topf erhältst der ihr eigentum ist aber nur dem kampfe entsprießt dein glück im höheren leben feindliche prinzip fallen dich an und nur die innere kraft mit der du in anfechtungen widerstehst kann dich retten von schmach und verderben indem du hier arbeitest überstehst du deine lehrzeit glauben und erkenntnis führen dich zum nahen ziele wenn du festhältst an dem was du beginnen musstest trage es recht getreulich im gemüte sie die dich liebt und du wirst die herrlichen wunder des goldenen topfs schauen und glücklich sein immer da gehabt dich wohl der archivarius lindhorst erwartet dich morgen um zwölf uhr in deinem kabinett gehabt dich wohl der archivarius schob den studenten anselmus sanft zur tür hinaus die er dann verschloss und er befand sich in dem zimmer in welchem er gespeiset dessen einzige tür auf den flur führte ganz betäubt von den wunderbaren erscheinungen blieb er vor der haustür stehen da wurde über ihm ein fenster geöffnet er schaute hinauf es war der archivarius lindhorst ganz der alte im weißgrauen rocke wie er ihn sonst gesehen er rief ihm zu ei werte herr anselmus worüber sinnen sie denn so was gilt's das arabische geht ihnen nicht aus dem kopf grüßen sie doch den herrn konrektor paulmann wenn sie etwa zu ihm gehen und kommen sie morgen punkt zwölf wieder das honorar für heute steckt bereits in ihrer rechten westentasche der student anselmus fand wirklich den blanken speziestaler in der bezeichneten tasche aber er freute sich gar nicht darüber was aus dem allen werden wird weiß ich nicht sprach er zu sich selbst umfängt mich aber auch nur ein toller wahn und spuk so lebt und webt doch in meinem innern die liebliche serpentina und ich will ihr ich von ihr lasse lieber untergehen ganz und egal denn ich weiß doch daß der gedanke mir ewig ist und kein feindliches prinzip kann ihn vernichten aber ist der gedanke denn was anders als serpentinas liebe ende der sechsten vigilie aufgenommen von boris greff siebente vigilie von der goldene topf von eta hoffmann diese vibrivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von boris greff siebente vigilie wie der konrektor paulmann die pfeife ausklopfte und zu bett ging rembrandt und höllenbräugel der zauberspiegel und des doktors eckstein rezept gegen eine unbekannte krankheit endlich klopfte der konrektor paulmann die pfeife aus sprechend nun ist es doch wohl zeit sich zur ruhe zu begeben jawohl erwiderte die durch des vaters längeres aufbleiben beängstigte veronika denn es schlug längst zehn uhr kaum war nun der konrektor in sein studier- und schlafzimmer gegangen kaum hatten fränzziens schwerere atemzüge kundgetan daß sie wirklich fest eingeschlafen als veronika die sich zum schein auch ins bett gelegt leise leise wieder aufstand sich anzog den mantel umwarf und zum hause hinaus schlüpfte seit dem augenblick als veronika die alte lise verlassen stand ihr unaufhörlich der anselmus vor augen und sie wußte selbst nicht welch eine fremde stimme im innern ihr immer und ewig wiederholte dass sein widerstreben von einer ihr feindlichen person herrühre die ihn in banden halte welche veronika durch geheimnisvolle mittel der magischen kunst zerreißen könne ihr vertrauen auf die alte lise wuchs mit jedem tage und selbst der eindruck des unheimlichen grausigen stumpfte sich ab so daß alles wunderliche seltsame ihres verhältnisses mit der alten ihr nur im schimmer des ungewöhnlichen romanhaften erschienen wovon sie eben recht angezogen wurde deshalb stand auch der vorsatz bei ihr fest selbst mit gefahr vermisst zu werden und in tausend unannehmlichkeiten zu geraten das abenteuer der tag und nacht gleiche zu bestehen endlich war nun die verhängnisvolle nacht des äquinoxiums in der ihr die alte lise hilfe und trost verheißen eingetreten und veronika mit dem gedanken der nächtlichen wanderung längst vertraut geworden fühlte sich ganz ermutigt pfeilschnell flog sie durch die einsamen straßen des sturms nicht achtend der durch die lüfte brauste und ihr die dicken regentropfen ins gesicht warf mit dumpfen dröhnenden klange schlug die glocke des kreuzturms elf uhr als veronika ganz durchnäßt vor dem hause der alten stand liebchen liebchen schon da nun warte warte rief es von oben herab und gleich darauf stand auch die alte mit einem korbe beladen und von ihrem kater begleitet vor der tür so wollen wir denn gehen und tun und treiben was ziemlich ist und gedeiht in der nacht ihr dem werk günstig dies sprechend ergriff die alte mit kalter hand die zitternde veronika welcher sie den schweren korb zu tragen gab während sie selbst einen kessel drei fuß und spaten auspackte als sie ins freie kamen regnete es nicht mehr aber der sturm war stärker geworden tausendstimmig heulte es in den lüften ein entsetzlicher herzzerschneidender jammer tönte herab aus den schwarzen wolken die sich in schneller flucht zusammenballten und alles einhüllten in dicke finsternis aber die alte schritt rasch fort mit kellender stimme rufend leuchte leuchte mein junge da schlängelten und kreuzten sich blaue blitze vor ihnen her und veronika wurde inne daß der kater knisternde funken sprühend und leuchtend vor ihnen herumsprang und dessen ängstliches grausiges zetergeschrei sie vernahm wenn der sturm nur einen augenblick schwieg ihr wollte der atem vergehen es war als griffen eiskalte krallen in ihr inneres aber gewaltsam raffte sie sich zusammen und sich fest an die alte klammern sprach sie nun muß alles vollbracht werden und es mag geschehen was da will recht so mein tächterchen erwiderte die alte bleibe fein standhaft und ich schenke dir was schönes und den anselmus obendrein endlich stand die alte still und sprach nun sind wir an ort und stelle sie grub ein loch in die erde schüttete kohlen hinein und stellte den dreifuß darüber auf den sie den kessel setzte alles dieses begleitete sie mit seltsamen gebärden während der kater sie umkreiste aus seinem schweif sprühten funken die ein feuerreif bildeten bald fingen die kohlen an zu glühen und endlich schlugen blaue flammen unter dem dreifuß hervor veronika mußte mantel und schleier ablegen und sich bei der alten niederkauern die ihre hände ergriff und fest drückte mit den funkelnden augen das mädchen anstarrend nun fingen die sonderbaren massen waren es blumen metalle kräuter tiere man konnte es nicht unterscheiden die die alte aus dem korbe genommen und in den kessel geworfen anzusieden und zu brausen die alte dies veronika los sie ergriff einen eisernen löffel mit dem sie in die glühende masse hineinfuhr und darin rührte während veronika auf ihr geheiß festen blickes in den kessel hineinschauen und ihre gedanken auf den anselmus richten mußte nun warf die alte aufs neue blinkende metalle und auch eine haarelocke die sich veronika vom kopfwirbel geschnitten sowie einen kleinen ring den sie lange getragen in den kessel in dem sie unverständliche durch die nacht grausig gellende töne ausstieß und der kater im unaufhörlichen rennen winselte und ächzte ich wollte dass du günstiger leser am 23 september auf der reise nach dresden begriffen gewesen wärst vergebens suchte man als der späte abend hereinbrach dich auf der letzten station aufzuhalten der freundliche wirt stellte dir vor es stürme und regnet doch gar zu sehr und überhaupt sei es auch nicht geheuer in der equinoxial nacht so ins dunkel hinein zu fahren aber du achtetest dessen nicht indem du ganz richtig annahmst ich zahle dem postillon einen ganzen taler trinkgeld und bin spätestens um ein uhr in dresden wo mich im goldenen engel oder im helm oder in der stadt naumburg ein gut zugerichtetes abendessen und ein weiches bett erwartet wie du nun so in der finsternis daher fährst siehst du plötzlich in der ferne ein ganz seltsames flackerndes leuchten näher gekommen erblickst du einen feuerreif in dessen mitte bei einem kessel aus dem dicker qualm und blitzende rote strahlen und funken emporschießen zwei gestalten sitzen gerade durch das feuer geht der weg aber die pferde prusten und stampfen und bäumen sich der postillon flucht und betet und peitscht auf die pferde hinein sie gehen nicht von der stelle unwillkürlich springst du aus dem wagen und rennst einige schritte vorwärts nun siehst du deutlich das schlanke holde mädchen die im weißen dünnen nachtgewande bei dem kessel kniet der sturm hat die flechten aufgelöst und das lange kastanienbraune haar flattert frei in den lüften ganz im blendenden feuer der unter dem dreifuß empor flackernden flammen steht das engelschöne gesicht aber in dem entsetzen das seinen eisstrom rübergoß ist es erstarrt zur toten bleiche und in dem stieren blick in den hinaufgezogenen augenbrauen in dem munde der sich vergebens dem schrei der todesangst öffnet welcher sich nicht entwinden kann der von namenloser folter gepressten brust siehst du ihr grausen ihr entsetzen die kleinen händchen hält sie krampfhaft zusammengefaltet in die höhe als riefe sie betend die schutzengel herbei sie zu schirmen vor den ungetümen der hölle die dem mächtigen zauber gehorchen nun gleich erscheinen werden so kniet sie da unbeweglich wie ein marmorbild ihr gegenüber sitzt auf dem boden niedergekauert ein langes hageres kupfergelbes weib mit spitze habichtsnase und funkelnden katzenaugen aus dem schwarzen mantel den sie umgeworfen starren die nackten knöchernden arme hervor und rührend in dem höllensud lacht und ruft sie mit krechzender stimme durch den brausenden tosenden sturm ich glaube wohl dass dir günstiger leser kenntest du auch sonst keine furcht und scheu sich doch bei dem anblick dieses rembrandtschen oder höllenbräugelschen gemäldes das nun ins leben getreten vor grausen die haare auf dem kopfe gesträubt hätten aber dein blick konnte nicht loskommen von dem im höllischen treiben befangenen mädchen und der elektrische schlag der durch alle deine fiebern und nerven zitterte entzündete mit der schnelligkeit des blitzes in dir den mutigen gedanken trotz zu bieten den geheimnisvollen mächten des feuerkreises in ihm ging ein grausen unter der der gedanke selbst keimte auf in diesem grausen und entsetzen als dessen erzeugnis es war dir als seist du selbst der schutzengel einer zu denen das zum tode geängstigte mädchen flehte ja als müsstest du nur gleich dein taschenpistol hervorziehen und die alte ohne weiteres tot schießen aber indem du das lebhaft dachtest schrießt du laut auf eda oder was gibt es dorten oder was treibt ihr da der postillon stieß schmetternd in sein horn die alte kugelte um in ihren sud hinein und alles war mit einem mal verschwunden in dickem quallen ob du das mädchen das du nun mit recht innigem verlangen in der finsternis suchtest gefunden hättest mag ich nicht behaupten aber den spuk des alten weibes hattest du zerstört und den bann des magischen kreises in den sich veronika leichtsinnig begeben gelöset weder du günstiger leser noch sonst jemand fuhr oder ging aber am 23 september in der stürmischen den hexenkünsten günstigen nacht des weges und veronika mußte ausharren am kessel in tödlicher angst bis das werk der vollendung nahe sie vernahm wohl wie es um sie her heulte und brauste wie allerlei widrige stimmen durcheinander blöckten und schnatterten aber sie schlug die augen nicht auf denn sie fühlte wie der anblick des grässlichen des entsetzlichen von dem sie umgeben sie in unheilbaren zerstörenden wahnsinn stürzen könne die alte hatte aufgehört im kessel zu rühren immer schwächer und schwächer wurde der qualm und zuletzt brannte nur eine leichte spiritusflamme im boden des kessels da rief die alte veronika mein kind mein liebchen schau hinein in den grund was siehst du denn was siehst du denn aber veronika vermochte nicht zu antworten unerachtet es ihr schien als drehten sich allerlei verworrene figuren im kessel durcheinander immer deutlicher und deutlicher gingen gestalten hervor und mit einem mal trat sie freundlich anblickend und die hand ihr reichend der student anselmus aus der tiefe des kessels da rief sie laut ach der anselmus der anselmus rasch öffnete die alte den am kessel befindlichen hahn und glühendes metall strömte zischen und brasselnd in eine kleine form die sie daneben gestellt nun sprang das weib auf und kreischte mit wilder grässlicher gebärde sich herumschwingend vollendet ist das werk dank dir mein junge hast wache gehalten hui hui er kommt beiß ihn tot beiß ihn tot aber da brauste es mächtig durch die lüfte es war als rausch ein ungeheurer adler herbei mit den fittichen um sie schlagend und es rief mit entsetzlicher stimme hei bei ihr gesindel nun ist's aus nun ist's aus fort zu haus die alte stürzte heulend nieder aber der veronika verging in sinn und gedanken als sie wieder zu sich selbst kam war es heller tag geworden sie lag in ihrem bette und fränzchen stand mit einer tasse dampfenden tees vor ihr sprechend aber sage mir nur schwester was dir ist da stehe ich nun schon eine stunde oder länger vor dir und du liegst wie in der fieberhitze besinnungslos da und stöhnst und ächzest daß uns angst und bange wird der vater ist deinetwegen heute nicht in die klasse gegangen und wird gleich mit dem herrn doktor hereinkommen veronika nahm schweigend den tee indem sie ihn hinunterschlürfte traten ihr die grässlichen bilder der nacht lebhaft vor augen so war denn wohl alles nur ein ängstlicher traum der mich gequält hat aber ich bin doch gestern abend wirklich zur alten gegangen es war ja der 23. september doch bin ich wohl schon gestern recht krank geworden und habe mir das alles nur eingebildet und nichts hat mich krank gemacht als das ewige denken an den anselmus und an die wunderliche alte frau die sich für die diese ausgab und mich wohl nur damit geneckt hat fränzchen die hinausgegangen trat wieder herein mit veronikas ganz durchnässtem mantel in der hand sieh nur schwester sagte sie wie es deinem mantel ergangen ist da hat der sturm in der nacht das fenster aufgerissen und den stuhl auf dem der mantel lag umgeworfen da hat es nun wohl hineingeregnet denn der mantel ist ganz nass das fiel der veronika schwer aufs herz denn sie merkte nun wohl dass nicht ein traum sie gequält sondern dass sie wirklich bei der alten gewesen da ergriff sie angst und grausen und ein fieber frost zitterte durch alle glieder im krampfhaften erbeben zog sie die bettdecke fest über sich aber da fühlte sie dass etwas hartes ihre brust drückte und als sie mit der hand danach fasste schien es ein melignon zu sein sie zog es hervor als fränzchen mit dem mantel fortgegangen und es war ein kleiner runder hellpolierter metallspiegel das ist ein geschenk der alten rief sie lebhaft und es war als schössen feurige strahlen aus dem spiegel die in ihr innerstes drang und es wohltuend erwärmten der fieber frost war vorüber und es durchströmte sie ein unbeschreibliches gefühl von behaglichkeit und wohlsein an den anselmus musste sie denken und als sie immer fester und fest den gedanken auf ihn richtete da lächelte er ihr freundlich aus dem spiegel entgegen wie ein lebhaftes miniaturporträt aber bald war es ihr als sähe sie nicht mehr das bild nein sondern den studenten anselmus selbst leibhaftig er saß in einem hohen seltsam ausstaffierten zimmer und schrieb emsig veronika wollte zu ihm hintreten ihn auf die schulter klopfen und sprechen herr anselmus schauen sie doch um sich ich bin ja da aber das ging durchaus nicht an denn es war als um gäbe ihn ein leuchtender feuerstrom und wenn veronika recht genau hinsah waren es doch nur große bücher mit vergoldetem schnitt aber endlich gelang es der veronika den anselmus ins auge zu fassen da war es als müsse er im anschauen sich erst auf sie besinnen doch endlich lächelte er und sprach ach sind sie es liebe man ursel paulmann aber warum belieben sie sich denn zuweilen als ein schlänglein zu gebärden veronika musste über diese seltsamen worte laut auflachen darüber erwachte sie wie aus einem tiefen traume und sie verbargt schnell den kleinen spiegel als die tür aufging und der konrektor paulmann mit dem dr eckstein ins zimmer kam der dr eckstein ging sogleich ans bett fasste lange in tiefem nachdenken versunken veronikas puls und sagte dann ei ei hierauf schrieb er ein rezept fasste noch einmal den puls sagte wiederum ei ei und verließ die patientin aus diesen äußerungen des doktors eckstein konnte aber der konrektor paulmann nicht recht deutlich entnehmen was der veronika denn wohl eigentlich fehlen möge ende der siebenten vigilie aufgenommen von boris greff achte vigilie von der goldene topf von et a hoffmann diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von boris greff achte vigilie die bibliothek der palmbäume schicksale eines unglücklichen salamanders wie die schwarze feder eine runkelrübe liebkosete und der registrator herbrand sich sehr betrank der student anselmus hatte nun schon mehrere tage bei dem archivarius lindhorst gearbeitet diese arbeitsstunden waren für ihn die glücklichsten seines lebens denn immer von lieblichen klängen von serbentinas tröstenden worten umflossen ja oft von einem vorübergeleitenden hauche leise berührt durchströmte ihn eine nie gefühlte behaglichkeit die oft bis zur höchsten wonne stieg jede not jede kleinliche sorge seiner dürftigen existenz war ihm aus sinn und gedanken entschwunden und in dem neuen leben das ihm wie im hellen sonnenglanze aufgegangen begriff er alle wunder einer höheren welt die ihn sonst mit staunen ja mit grausen erfüllt hatten mit dem abschreiben ging es sehr schnell indem es ihnen immer mehr dünkte er schreibe nur längst gekannte züge auf das pergament hin und dürfe kaum nach dem original sehen um alles mit der größten genauigkeit nachzumalen außer der tischzeit ließ sich der archivarius lindhorst nur dann und wann sehen aber jedes mal erschien er genau in dem augenblick wenn anselmus eben die letzten zeichen einer handschrift vollendet hatte und gab ihm dann eine andere verließ ihn aber gleich wieder schweigend nachdem er nur mit einem schwarzen stäbchen die tinte umgerührt und die gebrauchten federn mit neuen schärfer gespitzten vertauscht hatte eines tages als anselmus mit dem glockenschlag zwölf bereits die treppe hinauf gestiegen fand er die tür durch die er gewöhnlich hineingegangen verschlossen und der archivarius lindhorst erschien in seinem wunderlichen wie mit glänzenden blumen bestreuten schlafrock von der anderen seite er rief laut heute kommen sie nur hier herein werter anselmus denn wir müssen in das zimmer wo bogowodgitas meister unserer warten er schritt durch den korridor und führte anselmus durch dieselben gemächer und säle wie das erste mal der student anselmus erstaunte aufs neue über die wunderbare herrlichkeit des gartens aber er sah nun deutlich daß manche seltsame blüten die an den dunklen büschen hingen eigentlich in glänzenden farben prunkende insekten waren die mit den flüglein auf und nieder schlugen und durcheinander tanzen und wirbeln sich mit ihren saugrüsseln zu liebkosen schienen dagegen waren wieder die rosenfarbenen und himmelblauen vögel duftende blumen und der geruch den sie verbreiteten stieg aus ihren kellchen empor in leisen lieblichen tönen die sich mit dem geplätscher der fernen brunnen mit dem säuseln der hohen stauden und bäume zu geheimnisvollen akkorden einer tiefklagenden sehnsucht vermischten die spottvögel die ihn das erste mal so geneckt und gehöhnt flatterten ihm wieder um den kopf und schrien mit ihren feinen stimmchen unaufhörlich herr studiosus herr studiosus eilen sie nicht so gucken sie nicht so in die wolken sie könnten auf die nase fallen he he herr studiosus nehmen sie den pudermantel um gevatter schuhu soll ihnen den toupet frisieren so ging es fort in allerlei dummen geschwätz bis anselmus den garten verlassen der archivarius lindhorst trat endlich in das azurblaue zimmer der porphyre mit dem goldenen topf war verschwunden stattdessen stand ein mit violettem samt behangener tisch auf dem die dem anselmus bekannten schreibmaterialien befindlich in der mitte des zimmers und ein ebenso beschlagener lehnstuhl stand vor demselben lieber herr anselmus sagte der archivarius lindhorst sie haben nun schon manches manuskript schnell und richtig zu meiner großen zufriedenheit kopiert sie haben sich mein zutrauen erworben das wichtigste bleibt aber noch zu tun übrig und das ist das abschreiben oder vielmehr nachmalen gewisser in besonderen zeichen geschriebener werke die ich hier in diesem zimmer aufbewahre und die nur an ort und stelle kopiert werden können sie werden daher künftig hier arbeiten aber ich muß ihnen die größte vorsicht und aufmerksamkeit empfehlen ein falscher strich oder was der himmel verhüten möge ein tintenfleck auf das original gespritzt stört sie ins unglück anselmus bemerkte dass aus den goldenen stämmen der palmbäume kleines markt grüne blätter herausragten eins dieser blätter erfasste der archivarius und anselmus wurde gewahr dass das blatt eigentlich in einer pergament rolle bestand die der archivarius aufwickelte und vor ihm auf den tisch bereitete anselmus wunderte sich nicht wenig über die seltsam verschlungenen zeichen und bei dem anblick der vielen pünktchen striche und züge und schnörkel die bald pflanzen bald moose bald tiergestalten darzustellen schienen wollte ihm beinahe der mut sinken alles so genau nachmalen zu können er geriet darüber in tiefe gedanken mut gefasst junger mensch rief der archivarius hast du bewährten glauben und wahre liebe so hilft dir serpentina seine stimme tönte wie klingendes metall und als anselmus in jähem schreck aufblickte stand der archivarius lindhorst in der königlichen gestalt vor ihm wie er ihm bei dem ersten besuch im bibliothek zimmer erschienen es war dem anselmus als müsse er von ehrfurcht durchdrungen auf die knie sinken aber da stieg der archivarius lindhorst an dem stamm eines palmbaums in die höhe und verschwand in den smaragdinnen blättern der student anselmus begriff daß der geisterfürst mit ihm gesprochen und nun in sein studierzimmer hinauf gestiegen und vielleicht mit den strahlen die einige planeten als gesandte zu ihm geschickt rücksprache zu halten was nun mit ihm und der holden serpentina geschehen solle auch kann es sein dachte er ferner daß ihn neues von den quellen des nils erwartet oder daß ein magus aus lappland ihn besucht mir geziemt es nun emsig an die arbeit zu gehen und damit fing er an die fremden zeichen der pergamentrolle zu studieren die wunderbare musik des gartens tönte zu ihm herüber und umgab ihn mit süßen lieblichen düften auch hörte er wohl die spottvögel kickern doch verstand er ihre worte nicht was ihm auch recht lieb war zuweilen war es auch als rauschten die smaragdinnen blätter der palmbäume und als strahlten dann die holden kristallklänge welche anselmus an einem verhängnisvollen himmelfahrtstage unter dem holunderbusch hörte durch das zimmer der student anselmus wunderbar gestärkt durch dies tönen und leuchten richtete immer fester und fester sinn und gedanken auf die überschrift der pergamentrolle und bald fühlte er wie aus dem innersten heraus daß die zeichen nichts anders bedeuten könnten als die worte von der vermählung des salamanders mit der grünen schlange da ertönte ein starker dreiklang heller kristallglocken anselmus lieber anselmus wehnte es ihm zu aus den blättern und o wunder an dem stamm des palmbaums schlängelte sich die grüne schlange herab serpentina holde serpentina rief anselmus wie im wahnsinn des höchsten entzückens denn so wie er schärfer hinblickte da war es ja ein liebliches herrliches mädchen die mit den dunkelblauen augen wie sie in seinem innern lebten voll unaussprechlicher sehnsucht ihn anschauend ihm entgegen schwebte die blätter schienen sich herabzulassen und auszudehnen überall sprosten stacheln aus den stämmen aber serpentina wand und schlängelte sich geschickt durch indem sie ihr flatterndes wie in schillernden farben glänzendes gewand nach sich zog so dass es sich dem schlanken körper anschmiegend nirgends hängen blieb an den hervorragenden spitzen und stacheln der palmbäume sie setzte sich neben dem anselmus auf denselben stuhl ihn mit dem arm umschlingend und an sich drückend so dass er den hauch der von ihren lippen strömte die elektrische wärme ihres körpers fühlte lieber anselmus fing serpentina an nun bist du bald ganz mein durch deinen glauben durch deine liebe erringst du mich und ich bringe dir den goldenen topf der uns beide beglückt immer da o du holde liebe serpentina sagte anselmus wenn ich nur dich habe was kümmert mich sonst alles übrige wenn du nur mein bist so will ich gern untergehen in all dem wunderbaren und seltsamen was mich befängt seit dem augenblick als ich dich sah ich weiß wohl fuhr serpentina fort daß das unbekannte und wunderbare womit mein vater oft nur zum spiel seiner laune dich umfangen grausen und entsetzen in dir erregt hat aber jetzt soll es wie ich hoffe nicht wieder geschehen denn ich bin in diesem augenblick nur da um dir mein lieber anselmus alles und jedes aus tiefem gemüte aus tiefer seele haarklein zu erzählen was dir zu wissen nötig um meinen vater ganz zu kennen und überhaupt recht deutlich einzusehen was es mit ihm und mit mir für eine bewandtnis hat dem anselmus war es als sei er von der holden lieblichen gestalt so ganz und gar umschlungen und umwunden daß er sich nur mit ihr regen und bewegen könne und als sei es nur der schlag ihres pulses der durch seine fiebern und nerven zittere er horchte auf jedes ihre worte das bis in sein innerstes hinein erklang und wie ein leuchtender strahl die wonne des himmels in ihm entzündete er hatte den arm um ihren schlanker als schlanken leib gelegt aber der schillernde glänzende stoff ihres gewandes war so glatt so schlüpfrig dass es ihm schien als könne sie sich ihm schnell entwindend unaufhaltsam entschlüpfen und er erbebte bei dem gedanken ach verlaß mich nicht holde serpentina rief er unwillkürlich aus nur du bist mein leben nicht eher heute sagte serpentina als bis ich alles erzählt habe was du in deiner liebe zu mir begreifen kannst wisse also geliebter daß mein vater aus dem wunderbaren geschlecht der salamander abstammt und daß ich mein dasein seiner liebe zur grünen schlange verdanke in uralter zeit herrschte in dem wunderlande atlantis der mächtige geister fürst phosphorus dem die elementar geister dienten einst ging der salamander den er vor allen liebte es war mein vater in den prächtigen garten den des phosphorus mutter mit ihren schönsten gaben auf das herrlichste geschmückt hatte umher und hörte wie eine hohe lilie in leisen tönen sang drücke fest die äuglein zu bis mein geliebter der morgenwind dich weckt er trat hinzu von seinem glühenden hauch berührt erschloss die lilie ihre blätter und er erblickte der lilie tochter die grüne schlange welche in dem kelch schlummerte da wurde der salamander von heißer liebe zu der schönen schlange ergriffen und er raubte sie der lilie deren düfte in namenloser klage vergebens im ganzen garten nach der geliebten tochter riefen denn der salamander hatte sie in das schloss des phosphorus getragen und bat ihn vermähle mich mit der geliebten denn sie soll mein eigen sein immer da törichter was verlangst du sprach der geisterfürst wisse daß einst die lilie meine geliebte war und mit mir herrschte aber der funke den ich in sie warf drohte sie zu vernichten und nur der sieg über den schwarzen drachen den jetzt die erdgeister in käppen gebunden halten erhielt die lilie daß ihre blätter stark genug blieben den funken in sich zu schließen und zu bewahren aber wenn du die grüne schlange umarmst wird deine glut den körper verzehren und ein neues wesen schnell emporkeimend sich dir entschwingen der salamander achtete der warnung des geisterfürsten nicht voll glühenden verlangens schloss er die grüne schlange in seine arme sie zerfiel in asche und ein geflügeltes wesen aus der asche geboren rauschte fort durch die lüfte da ergriff den salamander der wahnsinn der verzweiflung und er rannte feuer und flammen sprühend durch den garten und verhehrte ihn in wilder wut daß die schönsten blumen und blüten verbrannt niedersanken und ihr jammer die luft erfüllte der hoch erzörende geister führte im grimm den salamander und sprach ausgeraset hat dein feuer erloschen sind deine flammen erblindet deine strahlen sinke hinab zu den erdgeistern die mögen dich necken und höhnen und gefangen halten bis der feuerstoff sich wieder entzündet und mit dir als einem neuen wesen aus der erde emporstrahlt der arme salamander sank erloschen hinab aber da trat der alte mürrische erdgeist der des phosphorus gärtner war hinzu und sprach herr wer sollte mehr über den salamander klagen als ich habe ich nicht all die schönen blumen die er verbrannt mit meinen schönsten metallen geputzt habe ich nicht ihre keime wacker gehegt und gepflegt und an ihnen manche schöne farbe verschwendet und doch nehme ich mich des armen salamanders an den nur die liebe von der du selbst schon oft o herr befangen zur verzweiflung getrieben in der er den garten verwüstet er lasse ihm die zu harte strafe sein feuer ist für jetzt erloschen sprach der geisterfürst in der unglücklichen zeit wenn die sprache der natur dem entarteten geschlecht der menschen nicht mehr verständlich seien wenn die elementar geister in ihre regionen gebannt nur aus weiter ferne in dumpfen anklängen zu den menschen sprechen werden wenn dem harmonischen kreise entrückt nur ein unendliches sehnen ihm die dunkle kunde von dem wundervollen reiche geben wird das er sonst bewohnen durfte als noch glaube und liebe in seinem gemüte wohnten in dieser unglücklichen zeit entzündet sich der feuerstoff des salamanders aufs neue doch nur zu menschen keimt er empor und muss ganz eingehend in das dürftige leben dessen bedrängnisse ertragen aber nicht allein die erinnerung an seinen urzustand soll ihm bleiben sondern er lebt auch wieder auf in der heiligen harmonie mit der ganzen natur er versteht ihre wunder und die macht der verbrüderten geister steht ihm zu gebote in einem lilienbusch findet er dann die grüne schlange wieder und die frucht seiner vermählung mit ihr sind drei töchter die den menschen in der gestalt der mutter erscheinen zur frühlingszeit sollen sie sich in den dunklen holunderbusch hängen und ihre lieblichen kristallstimmen ertönen lassen findet sich dann in der dürftigen armseligen zeit der inneren verstocktheit ein jüngling der ihren gesang vernimmt ja blickt ihn eine der schlänglein mit ihren holzseligen augen an entzündet der blick in ihn die ahnung des fernen wundervollen landes zu dem er sich mutig emporschwingen kann wenn er die bürde des gemeinen abgeworfen keimt mit der liebe zur schlange in ihm der glaube an die wunder der natur ja an seine eigene existenz in diesen wundern glutvoll und lebendig auf so wird die schlange sein aber nicht ehe bis drei jünglinge dieser art erfunden und mit den drei töchtern vermählt werden darf der salamander seine lästige bürde abwerfen und zu seinen brüdern gehen erlaube herr sagte der erdgeist dass ich diesen drei töchtern ein geschenk mache das ihr leben mit dem gefundenen gemahl verherrlicht jede erhält von mir einen topf vom schönsten metall das ich besitze den poliere ich mit strahlen die ich dem diamant entnommen in seinem glanze soll sich unser wundervolles reich wie es jetzt im einklang mit der ganzen natur besteht in blendendem herrlichen widerschein abspiegeln aus seinem innern aber in dem augenblick der vermählung eine feuerlilie entsprießen deren ewige blüte den bewährt befundenen jüngling süß duftend umfängt bald wird er dann ihre sprache die wunder unseres reichs verstehen und selbst mit der geliebten in atlantis wohnen du weißt nun wohl lieber anselmus daß mein vater eben der salamander ist von dem ich dir erzählt er mußte seiner höheren natur unerachtet sich den kleinesten bedrängnissen des gemeinen lebens unterwerfen und daher kommt wohl oft die schadenfrohe laune mit der er manche neckt er hat mir oft gesagt daß für die innere geistesbeschaffenheit wie sie der geisterfürst phosphorus damals als bedingnis der vermählung mit mir und meinen schwestern aufgestellt man jetzt einen ausdruck habe der aber nur zu oft unschicklicherweise gemissbraucht werde man nenne das nämlich ein kindliches poetisches gemüt oft finde man dieses gemüt bei jünglingen die der hohen einfachheit ihrer sitten frägen und weil es ihnen ganz an der sogenannten weltbildung fehle von dem pöbel verspottet würden ach lieber anselmus du verstandest ja unter dem holunderbusch meinen gesang meinen blick du liebst die grüne schlange du glaubst an mich und willst mein sein immer da die schöne lilie wird empor blühen aus dem goldenen topf und wir werden vereint glücklich und selig in atlantis wohnen aber nicht verhehlen kann ich dir daß im grässlichen kampf mit den salamandern und erdgeistern sich der schwarze drache loswand und durch die lüfte davon brauste phosphorus hält ihn zwar wieder in banden aber aus den schwarzen federn die im kampf auf die erde steupten keimten feindliche geister empor die überall den salamandern und erdgeistern wieder streben jenes weib das die so feindlich ist lieber anselmus und die wie mein vater recht gut weiß nach dem besitz des goldenen topfes strebt hat ihr dasein der liebe einer solchen aus dem fittich des drachen herabgestäubten feder zu einer runkelrübe zu verdanken sie erkennt ihren ursprung und ihre gewalt denn in dem stöhnen in den zuckungen des gefangenen drachen werden ihr die geheimnisse mancher wundervollen konstellation offenbar und sie bietet alle mittel auf von außen hinein ins innere zu wirken wogegen sie mein vater mit den blitzen die aus dem innern des salamanders hervorschießen bekämpft alle die feindlichen principe die in schädlichen kräutern und giftigen tieren wohnen sammelt sie und erregt sie mischend in günstiger konstellation manchen bösen spuk der des menschen sinne mit grauen und entsetzen befängt und ihn der macht jener dämonen die der drache im kampf unterliegend erzeugte und erwirft nimm dich vor der alten in acht lieber anselmus sie ist der feind weil dein kindlich frommes gemüt schon manchen ihrer bösen zauber vernichtet halte treu treu an mir bald bist du am ziel o meine meine serpentina rief der student anselmus wie sollte ich denn nur von dir lassen können wie sollte ich dich nicht lieben ewiglich ein kuss brannte auf seinem munde er erwachte wie aus einem tiefen traume serpentina war verschwunden es schlug sechs uhr da fiel es ihm schwer aufs herz daß er nicht das mindeste kopiert habe er blickte voll besorgnis was der archivarius wohl sagen werde auf das blatt und o wunder die kopie des geheimnisvollen manuskripts war glücklich beendigt und er glaubte schärfer die züge betrachtend serpentinas erzählung von ihrem vater dem liebling des geisterfürsten phosphus im wunderlande atlantis abgeschrieben zu haben jetzt trat der archivarius lindhorst in seinem weißgrauen überrock den hut auf dem kopfe den stock in der hand herein er sah in das von dem anselmus beschriebene pergament nahm eine große prise und sagte lächelnd das dachte ich wohl nun hier ist der speziestaler herr anselmus jetzt wollen wir noch nach dem linkischen bade gehen nur mir nach der archivarius schritt rasch durch den garten in dem ein solcher lärm von singen pfeifen sprechen durcheinander war dass der student anselmus ganz betäubt wurde und dem himmel dankte als er sich auf der straße befand kaum waren sie einige schritte gegangen als dem registrator herr brand begegneten der freundlich sich anschloss vor dem tore stopften sie die mitgenommenen pfeifen der registrator herr brand beklagte kein feuerzeug bei sich zu tragen da rief der archivarius lindhorst ganz unwillig was feuerzeug hier ist feuer soviel sie wollen und damit schnippte er mit den fingern aus denen große funken strömten die die pfeifen schnell anzündeten sehen sie das chemische kunststückchen sagte der registrator herr brand aber der student anselmus dachte nicht ohne inneres erbeben an den salamander im linkischen bade trank der registrator herr brand so viel starkes doppelbier dass er sonst ein gutmütiger stiller mann anfing in einem quäkenden tenor burschenlieder zu singen jeden hitzig fragte ob er sein freund sei oder nicht und endlich von den studenten anselmus zu hause gebracht werden musste als der archivarius lindhorst schon längst auf und davon war ende der achten vigilie aufgenommen von boris greff neunte vigilie von der goldene topf von eta hoffmann diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von boris greff neunte vigilie wie der student anselmus zu einiger vernunft gelangte die punschgesellschaft wie der student anselmus den konrektor paulmann für einen schuhu hielt und dieser sich darum sehr erzürnte der tintenklecks und seine folgen alles das seltsame und wundervolle welches dem studenten anselmus täglich begegnet war hatte ihn ganz dem gewöhnlichen leben entrückt er sah kein seiner freunde mehr und harrte jeden morgen mit ungeduld auf die zwölfte stunde die ihm sein paradies aufschloß und doch in dem sein ganzes gemüt der holden serpentina und den wundern des feenreichs bei dem archivarius lindhorst zugewandt war mußte er zuweilen unwillkürlich an veronika denken ja manchmal schien es ihm als träte sie zu ihm hin und gestehe errötend wie herzlich sie ihn liebe und wie sie danach trachte ihn den phantomen von denen er nur geneckt und verhöhnt werde zu entreißen zuweilen war es als risse eine fremde plötzlich auf ihn einbrechende macht ihn unwiderstehlich hin zur vergessenen veronika und er müsse ihr folgen wohin sie nur wolle als sei er festgekettet an das mädchen gerade in der nacht darauf als er serpentina zum ersten mal in der gestalt einer wunderbar holdseligen jungfrau geschaut als ihm das wunderbare geheimnis der vermählung des salamanders mit der grünen schlange offenbar worden trat ihm veronika lebhafter vor augen als jemals ja erst als er erwachte wurde er deutlich gewahr daß er nur geträumt habe da er überzeugt gewesen veronika sei wirklich bei ihm und klage mit dem ausdruck eines tiefen schmerzes der sein innerstes durchdrang daß er ihre innige liebe den phantastischen erscheinungen die nur seine innere zerrüttung hervorrufe aufopfern und noch darüber in unglück und verderben geraten werde veronika war liebenswürdiger als er sie je gesehen er konnte sie kaum aus den gedanken bringen und dieser zustand verursachte ihm eine qual der er bei einem morgenspaziergang zu entrinnen hoffte eine geheime magische gewalt zog ihn vor das pirnaier tor und eben wollte er in eine nebenstraße einbiegen als der konrektor paulmann hinter ihm herkommend laut rief ei ei wertester herr anselmus amice amice wo um des himmels willen stecken sie denn sie lassen sich ja gar nicht mehr sehen wissen sie wohl daß sich veronika recht sehnt wieder einmal eins mit ihnen zu singen nun kommen sie nur sie wollten ja doch zu mir der student anselmus ging notgedrungen mit dem konrektor als sie in das haus traten kam ihnen veronika sehr sauber und sorgfältig gekleidet entgegen so daß der konrektor paulmann voll erstaunt fragte nun warum so geputzt hat man denn besuch erwartet aber hier bringe ich den herrn anselmus als der student anselmus sittig und artig der veronika die hand küsste fühlte er einen leisen druck der wie ein glutstrom durch alle fiebern und nerven zuckte veronika war die heiterkeit die anmut selbst und als paulmann nach seinem studierzimmer gegangen wußte sie durch allerhand neckerei und schallkeit den anselmus so hinauf zu schrauben dass er alle blödigkeit vergaß und sich zuletzt mit dem ausgelassenen mädchen im zimmer herumjagte da kam ihm aber wieder einmal der dämon des ungeschicks über den hals er stieß an den tisch und veronikas niedliches nähkästchen fiel herab anselmus hob es auf der deckel war aufgesprungen und es blinkte ihm ein kleiner runder metall spiegel entgegen in den er mit ganz eigener lust hinein schaute veronika schlich sich leise hinter ihn legte die hand auf seinen arm und schaute sich fest an ihn schmiegend ihm über die schulter auch in den spiegel da war es dem anselmus als beginne ein kampf in seinem innern gedanken bilder blitzten hervor und vergingen wieder der archivarius lindhorst serpentina die grüne schlange endlich wurde es ruhiger und alles verworrene fügte und gestaltete sich zum deutlichen bewusstsein ihm wurde es nun klar dass er nur beständig an veronika gedacht ja dass die gestalt welche ihm gestern in dem blauen zimmer erschienen auch eben veronika gewesen und dass die fantastische sage von der vermeldung des salamanders mit der grünen schlange ja nur von ihm geschrieben keineswegs ihm aber erzählt worden sei er wunderte sich selbst über seine träumereien und schrieb sie lediglich seinem durch die liebe zu veronika exaltierten seelen zustande sowie der arbeit bei dem archivarius lindhorst zu in dessen zimmern es noch über dem so sonderbar betäubend dufte er musste herzlich über die tolle einbildung lachen in eine kleine schlange verliebt zu sein und einen wohlbestallten geheimen archivarius für ein salamander zu halten ja ja es ist veronika rief er laut aber indem er den kopf umwandte schaute er gerade in veronikas blaue augen hinein in denen liebe und sehnsucht strahlten ein dumpfes ach entfloh ihren lippen die in dem augenblick auf den seinigen brannten oh ich glücklicher seufzte der entzückte student was ich gestern nur träumte wird mir heute wirklich und in der tat zuteil und willst du mich denn wirklich heiraten wenn du hofrat worden fragte veronika allerdings antwortete der student anselmus in dem knarrte die tür und der konrektor paulmann trat mit den worten herein nun wird es daher anselmus lasse ich sie heute nicht fort sie nehmen vorlieb bei mir mit einer suppe und nachher bereitet uns veronika einen köstlichen kaffee den wir mit dem registrator herbrand welcher herzukommen versprochen genießen ach bester herr konrektor erwiderte der student anselmus wissen sie denn nicht dass ich zum archivarius lindhorst muss des abschreibens wegen schauen sie amietje sagte der konrektor paulmann indem er ihm die taschenuhr hinhielt welche auf halb eins wies der student anselmus sah nun wohl ein dass es wie zu spät sei zu dem archivarius lindhorst zu wandern und fügte sich den wünschen des konrektors umso lieber als er nun die veronika den ganzen tag über schauen und wohl manchen verstohlenen blick manchen zärtlichen händedruck zu erhalten ja wohl gar einen kuss zu erobern hoffte so hoch verstiegen sich jetzt die wünsche der studenten anselmus und es wurde ihm immer behaglicher zumute je mehr er sich überzeugte dass er bald von all den fantastischen einbildungen befreit sein werde die ihn wirklich ganz und gar zum wahnwitzigen narren hätten machen können der registrator herbrand fand sich wirklich nach tische ein und als der kaffee genossen und die dämmerung bereits eingebrochen gab er schmunzelnd und fröhlich die hände reiben zu verstehen er trage etwas mit sich was durch veronikas schöne hände gemischt und in gehörige form gebracht gleichsam foliiert und rubriziert ihnen allen an dem kühlen oktober abende erfreulich sein werde so rücken sie denn nur heraus mit dem geheimnisvollen wesen das sie bei sich tragen geschätztester registrator rief der konrektor paulmann aber der registrator herbrand griff in die tiefe tasche seines martins und brachte in drei reprisen eine flasche arak zitronen und zucker zum vorschein kaum war eine halbe stunde vergangen so dampfte ein köstlicher punch auf paulmanns tische veronika kredenzte das getränk und es gab allerlei gemütliche muntere gespräche unter den freunden aber so wie dem studenten anselmus der geist des getränks zu kopfe stieg kamen auch alle bilder des wunderbaren seltsamen was er in kurzer zeit erlebt wieder zurück er sah den archivarius lindhorst in seinem damassenen schlafrock der wie phosphor erglänzte er sah das azurblaue zimmer die goldenen palmbäume ja es wurde ihm wieder so zumute als müsse er doch an die serpentina glauben es brauste es gärte in seinem innern veronika reichte ihm ein glas punch und indem er es fasste berührte er leise ihre hand serpentina veronika seufzte er in sich hinein er versank in tiefe träume aber der registrator herbrand rief ganz laut ein wunderlicher alter mann aus dem niemand klug wird bleibt er doch der archivarius lindhorst nun er soll leben stoßen sie an herr anselmus da fuhr der student anselmus auf aus seinen träumen und sagte indem er mit dem registrator herbrand anstieß das kommt daher verehrungswürdiger herr registrator weil der archivarius lindhorst eigentlich ein salamander ist der den garten des geisterfürsten phosphorus im zorn verwüstete weil ihm die grüne schlange davon geflogen wie was fragte der konrektor paulmann ja fuhr der student anselmus fort deshalb muss er nun königlicher archivarius sein und hier in dresden mit seinen drei töchtern wirtschaften die aber weiter nichts sind als kleine goldgrüne schlänglein die sich in holunderbüschen sonnen verführerisch singen und die jungen leute verlocken wie die sirenen herr anselmus herr anselmus rief der konrektor paulmann rappelt's ihnen im kopfe was um des himmels willen schwatzen sie für ungewaschenes zeug er hat recht fiel der registrator herbrand ein der kerl der archivarius ist ein verfluchter salamander der mit den fingern feurige schnippchen schlägt die einem löcher in den überrock brennen wie glühender schwamm ja ja du hast recht brüderchen anselmus und wer es nicht glaubt ist mein feind und damit schlug der registrator herbrand mit der faust auf den tisch dass die gläser klirrten registrator sind sie rasend schrie der erboste konrektor herr studiosus herr studiosus was richten sie denn nun wieder an ach sagte der student sie sind auch weiter nichts als ein vogel ein schuhu der die toupees frisiert herr konrektor was ich ein vogel ein schuhu ein friseur schrie der konrektor voller zorn herr sie sind toll toll aber die alte kommt ihm über den hals rief der registrator herbrand ja die alte ist mächtig fiel der student anselmus ein unerachtet sie nur von niedriger herkunft denn ihr papa ist nichts als ein lumpigter flederwisch und ihre mama eine schnüde runkelrübe aber ihre meiste kraft verdankt sie allerlei feindlichen kreaturen giftigen kanalien von denen sie umgeben das ist eine abscheuliche verleumdung rief veronika mit zornglühenden augen die alte lise ist eine weise frau und der schwarze kater keine feindliche kreatur sondern ein gebildeter junger mann von feinen sitten und ihr cousin germain kann der salamander fressen ohne sich den bart zu versengen und elendiglich darauf zu gehen sagte der registrator herbrand nein nein schrie der student anselmus nun und nimmermehr wird er das können und die grüne schlange liebt mich denn ich bin ein kindliches gemüt und habe serpentinas augen geschaut die wird der kater auskratzen rief veronika salamander salamander bezwingt sie alle alle brüllte der konrektor paulmann in höchster wut aber bin ich in einem tollhause bin ich selbst toll was schwatze ich denn für wahnwitziges zeug ja ich bin auch toll auch toll damit sprang der konrektor paulmann auf riss sich die perücke vom kopfe und schleuderte sie gegen die stubendecke dass die gequetschten locken ächzten und im gänzlichen verderben aufgelöst den puder weit umher stäubten da ergriffen der student anselmus und der registrator herbrand die punschterrine die gläser und warfen sie jubelnd und jauchzend an die stubendecke dass die scherben klirrend und klingend umher sprangen viva salamander periat periat die alte zerbrecht den metallspiegel hackt dem kater die augen aus vöglein vöglein aus den lüften ehu ehu eboe salamander so schrien und brüllten die drei wie besessene durcheinander laut weinen sprang fränzchen davon aber veronika lag winseln vor jammer und schmerz auf dem sofa da ging die tür auf alles war plötzlich still und es trat ein kleiner mann in einem grauen mäntelchen herein sein gesicht hatte etwas seltsam gravitätisches und vorzüglich zeichnete sich die krummgebogene nase auf der eine große brille saß vor allen jemals gesehenen aus auch trug er solch eine besondere perücke daß sie eher eine federmütze zu sein schien einen schönen guten abend schnarrte das possierliche männlein hier finde ich ja wohl den studiosum herrn anselmus gehorsamste empfehlung von herrn archivarius lindhorst und er habe heute vergebens auf den herrn anselmus gewartet aber morgen lasse er schönstens bitten ja nicht die gewohnte stunde zu versäumen damit schritt er wieder zur tür hinaus und alle sahen nun wohl daß das gravitätische männlein eigentlich ein grauer papagei war der konrektor paulmann und der registrator herbrand schlugen eine lache auf die durch das zimmer dröhnte und dazwischen winselte und ächzte veronika wie von namenlosem jammer zerrissen aber den studenten anselmus durchzuckte der wahnsinn des innern entsetzens und er rannte bewusstlos zur tür hinaus durch die straßen bald darauf trat veronika friedlich und freundlich zu ihm und fragte warum er sie denn im rausch so geängstigt habe und er möge sich nur vor neuen einbildungen hüten wenn er bei dem archivarius lindhorst arbeite gute nacht gute nacht meine lieber freund lispelte leise veronika und tauchte einen kuss auf seine lippen er wollte sie mit seinen armen umfangen aber die traumgestalt war verschwunden und er erwachte heiter und gestärkt nun mußte er selbst recht herzlich über die wirkung des punsches lachen aber indem er an veronika dachte fühlte er sich recht von einem behaglichen gefühl durchdrungen ihr allein sprach er zu sich selbst habe ich es zu verdanken daß ich von meinen albernen grillen zurückgekommen bin wahrhaftig mir ging es nicht besser als jenem welcher glaubte er sei von glas oder dem der die stube nicht verließ aus furcht von den hühnern gefressen zu werden weil er sich einbildete ein gerstenkorn zu sein aber so wie ich hofrad worden heirate ich ohne weiteres die mademoiselle paulmann und bin glücklich als er nun mittags durch den garten des archivarius lindhorst ging konnte er sich nicht genug wundern wie ihm das alles sonst so seltsam und wundervoll habe vorkommen können er sah nichts als gewöhnliche scherbenpflanzen allerlei geranien myrtenstöcke und dergleichen statt der glänzenden bunten vögel die ihn sonst geneckt flatterten nur einige sperrlinge hin und her die ein unverständliches unangenehmes geschrei erhoben als sie den anselmus gewahr wurden das blaue zimmer kam ihm auch ganz anders vor und er begriff nicht wie ihm das grelle blau und die unnatürlichen goldenen stämme der palmbäume mit den unförmlichen blinkenden blättern nur einen augenblick hatten gefallen können der archivarius sah ihn mit einem ganz eigenen ironischen lächeln an und fragte nun wie hat ihnen gestern der punsch geschmeckte werter anselmus ach gewiss hat ihn der papagei erwiderte der student anselmus ganz beschämt aber er stockte denn er dachte nun wieder daran daß auch die erscheinung des papageis wohl nur blendwerk der befangenen sinne gewesen ei ich war ja selbst in der gesellschaft fiel der archivarius lindhorst ein haben sie mich denn nicht gesehen aber bei dem tollen unwesen das ihr triebt wäre ich beinahe hart beschädigt worden denn ich saß eben in dem augenblick noch in der terrine als der registrator danach griff um sie gegen die decke zu schleudern und mußte mich schnell in des konrektors pfeifenkopf retirieren nun anjö herr anselmus seien sie fleißig auch für den gestrigen versäumten tag zahle ich den spezies taler da sie bisher so wacker gearbeitet wie kann der archivarius nur solch tolles zeug faseln sagte der student anselmus zu sich selbst und setzte sich an den tisch um die kopie des manuskriptes zu beginnen das der archivarius wie gewöhnlich vor ihm ausgebreitet aber er sah auf der pergamentrolle so viele sonderbare krause züge und schnörkel durcheinander die ohne dem auge einen einzigen ruhepunkt zu geben den blick verwirrten dass es ihm beinahe unmöglich schien das alles genau nachzumalen ja bei dem überblick des ganzen schien das pergament nur ein bunt geaderter marmor oder ein mit moosen durchsprengelter stein er wollte dessen unerachtet das mögliche versuchen und tunkte getrost die feder ein aber die tinte wollte durchaus nicht fließen er spritzte die feder ungeduldig aus und o himmel ein großer klecks fiel auf das ausgebreitete original zischend und brausend fuhr ein blauer blitz aus dem fleck und schlängelte sich krachend durch das zimmer bis zur decke hinauf da quoll ein dicker dampf aus den wänden die blätter fingen an zu rauschen wie vom sturme geschüttelt und aus ihnen schossen blinkende basilisken im flackernden feuer herab den dampf entzündend daß die flammenmassen prasselnd sich um den anselmus wälzten die goldenen stämme der palmbäume wurden zu riesenschlangen die ihre grässlichen häupter in schneidendem metallklang zusammenstießen und mit den geschubbten leibern den anselmus umwandeln wahnsinniger erleide nun die strafe dafür was du im frechen frevel tatest so rief die fürchterliche stimme des gekrönten salamanders der über den schlangen wie ein blendender strahl in den flammen erschien und nun sprühten ihre aufgesperrten rachen feuerkatarakte auf den anselmus und es war als verdichteten sich die feuerströme und seinen körper und würden zur festen eiskalten masse aber indem des anselmus glieder enger und enger sich zusammenziehend erstarrten vergingen ihm die gedanken als er wieder zu sich selbst kam konnte er sich nicht drehen und bewegen er war wie von einem glänzenden schein umgeben an dem er sich wollte er nur die hand erheben oder sonst sich rühren stieß ach er saß in einer wohlverstopften kristallflasche auf einem repositorium im bibliothekzimmer des archivarius lindhorst Ende der 9. Vigilie Aufgenommen von Boris Greff 10. Vigilie von der Goldene Topf von E.T.A. Hoffmann Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Boris Greff 10. Vigilie Die Leiden des Studenten Anselmus in der gläsernen Flasche Glückliches Leben der Kreuzhüller und Praktikanten Die Schlacht im Bibliothekzimmer des Archivarius Lindhorst Sieg des Salamanders und Befreiung des Studenten Anselmus Mit Recht darf ich zweifeln, dass du, günstiger Leser, jemals in einer gläsernen Flasche verschlossen gewesen sein solltest Es sei denn, dass ein lebendiger, neckhafter Traum dich einmal mit solchem fähischen Unwesen befangen hätte War das der Fall, so wirst du das Elend des armen Studenten Anselmus recht lebhaft fühlen Hast du aber auch dergleichen nie geträumt, so schließt dich deine rege Fantasie mir und dem Anselmus zu gefallen wohl auf einige Augenblicke in das Kristall ein Du bist von blendendem Glanze dicht umflossen Alle Gegenstände ringsumher erscheinen dir von strahlenden Regenbogenfarben erleuchtet und umgeben Alles zittert und wankt und dröhnt im Schimmer Du schwimmst regungs- und bewegungslos wie in einem festgefrorenen Äther, der dich einpresst, sodass der Geist vergebens dem toten Körper gebietet Immer gewichtiger und gewichtiger drückt die Zentnerschwere Last deine Brust Immer mehr und mehr zehrt jeder Atemzug die Lüftchen weg, die im engen Raum noch auf- und niederwalten Deine Pulsadern schwellen auf und von grässlicher Angst durchschnitten zuckt jeder Nerv im Todeskampfe blutend Habe Mitleid günstiger Leser mit dem Studenten Anselmus, den diese namenlose Martha in seinem gläsernen Gefängnisse ergriff Aber er fühlte wohl, dass der Tod ihn nicht erlösen könne Denn erwachte er nicht aus der tiefen Ohnmacht, in die er im Übermaß seiner Qual versunken Als die Morgensonne in das Zimmer hell und freundlich hineinschien und fing seine Martha nicht von Neuem an Er konnte kein Glied regen, aber seine Gedanken schlugen an das Glas Ihn im missthündenden Klange betäubend, und er vernahm statt der Worte, die der Geist sonst aus dem Innern gesprochen Nur das dumm Verbrausen des Wahnsinns Da schrie er auf in Verzweiflung O Serpentiner, Serpentiner, rette mich von dieser Höllenqual Und es war, als umwehten ihn leise Seufzer Die legten sich um die Flasche, wie grüne, durchsichtige Holunderblätter Das Tönen hörte auf Der blendende, verwirrende Schein war verschwunden Und er atmete freier Bin ich denn nicht an meinem Elende lediglich selbst schuld? Ach, habe ich nicht gegen dich selbst, holde, geliebte Serpentiner, gefrevelt? Habe ich nicht schnöde Zweifel gegen dich gehegt? Habe ich nicht den Glauben verloren und mit ihm alles, alles, was mich hoch beglücken sollte? Ach, du wirst nun wohl nimmer mein werden Für mich ist der goldene Topf verloren Ich darf seine Wunder nimmer mehr schauen Ach, nur ein einziges Mal möchte ich dich sehen Deine holde, süße Stimme hören Liebliche Serpentiner So klagte der Student Anselmus Von tiefem, schneidendem Schmerz ergriffen Da sagte jemand dicht neben ihm Ich weiß gar nicht, was Sie wollen, Herr Studiosus Warum lamentieren Sie so über alle Maßen? Der Student Anselmus wurde gewahr Dass neben ihm auf demselben Repositorium noch fünf Flaschen standen In welchen er drei Kreuzschüler und zwei Praktikanten erblickte Ach, meine Herren und Gefährten im Unglück Rief er aus Wie ist es Ihnen denn möglich, so gelassen, ja so vergnügt zu sein Wie ich es an Ihren heitern Mienen bemerke Sie sitzen ja doch ebenso gut eingesperrt in gläsernen Flaschen als ich Und können sich nicht regen und bewegen Ja nicht einmal was Vernünftiges denken Ohne dass ein Mordlärm entsteht mit Klingen und Schallen Und ohne dass es Ihnen im Kopf ganz schrecklich saust und braust Aber Sie glauben gewiss nicht an den Salamander und an die grüne Schlange Sie faseln wohl, mein Herr Studiosus Erwiderte ein Kreuzschüler Nie haben wir uns besser befunden als jetzt Denn die Speziestaler, welche wir von dem tollen Archivarius erhalten Für allerlei konfuse Abschriften, tun uns wohl Wir dürfen jetzt keine italienische Chöre mehr auswendig lernen Wir gehen jetzt alle Tage zu Josefs oder zu sonst in andere Kneipen Lassen uns das Doppelbier wohl schmecken Sehen auch wohl einem hübschen Mädchen in die Augen Singen wie wirkliche Studenten Gaudiamus Igitur Und sind seelenvergnügt Die Herren haben ganz recht, fiel ein Praktikant ein Auch ich bin mit Speziestalern reichlich versehen Wie hier mein teurer Kollege nebenan Und spaziere fleißig auf den Weinberg Statt bei der leidigen Aktenschreiberei zwischen vier Wänden zu sitzen Aber meine besten, wertesten Herren Sagte der Student Anselmus Spüren Sie es denn nicht, dass Sie alle samt und sonders in gläsernen Flaschen sitzen Und sich nicht regen und bewegen Viel weniger umher spazieren können Da schlugen die Kreuzschüler und die Praktikanten eine helle Lache auf Und schrien Der Studios ist toll Er bildet sich ein in einer gläsernen Flasche zu sitzen Und steht auf der Elbebrücke und sieht gerade hinein ins Wasser Gehen wir nur weiter Ach, seufzte der Student Die schaut niemals, die holde Serpentiner Sie wissen nicht, was Freiheit und Leben in Glauben und Liebe ist Deshalb spüren Sie nicht den Druck des Gefängnisses In das Sie der Salamander bannte, ihrer Torheit, ihres gemeinen Sinnes wegen Aber ich unglücklicher werde vergehen in Schmach und Elend Wenn Sie, die ich so unaussprechlich liebe, mich nicht rettet Da wehte und säuselte Serpentiners Stimme durch das Zimmer Anselmus Glaube Liebe Hoffe Und jeder Laut strahlte in das Gefängnis des Anselmus hinein Und das Kristall mußte seiner Gewalt weichen und sich ausdehnen Daß die Brust des Gefangenen sich regen und erheben konnte Immer mehr verringerte sich die Qual seines Zustandes Und er merkte wohl, daß ihn Serpentiner noch Liebe Und daß nur sie es sei, die ihm den Aufenthalt in dem Kristall erträglich mache Er bekümmerte sich nicht mehr um seine leichtsinnigen Unglücksgefährten Sondern richtete Sinn und Gedanke nur auf die holde Serpentiner Aber plötzlich entstand von der anderen Seite her ein dumpfes, widriges Gemurmel Er konnte bald deutlich bemerken, daß dies Gemurmel von einer alten Kaffeekanne mit halbzerbrochenem Deckel herrührte Die ihm gegenüber auf einem kleinen Schrank hingestellt war So wie er schärfer hinschaute, entwickelten sich immer mehr die garstigen Züge eines alten, verschrumpften Weibergesichts Und bald stand das Äpfelweib vom schwarzen Tor von dem Repositorium Die grinsete und lachte ihn an und rief mit gellender Stimme Ei, ei, Kindchen, musst du nun ausharren Ins Kristall nun dein Fall Hab ich dir's nicht längst vorausgesagt? Höhne und spotte nur, du verdammtes Hexenweib Sagte der Student Anselmus Du bist schuld an allem Aber der Salamander wird dich treffen, du schnöde Runkelrübe Hoho, erwiderte die Alte Nur nicht so stolz Du hast meinen Söhnein ins Gesicht getreten, du hast mir die Nase verbrannt Aber doch bin ich dir gut, du Schelm, weil du sonst ein artiger Mensch warst Und mein Töchterchen ist dir auch gut Aus dem Kristall kommst du aber nun einmal nicht, wenn ich dir nicht helfe Hinauflangen zu dir kann ich nicht Aber meine Frau Gevatterin, die Ratte, welche gleich über dir auf dem Boden wohnt Die soll das Brett entzweinagen, auf dem du stehst Dann purzelst du hinunter und ich fange dich auf in der Schürze Damit du dir die Nase nicht zerschlägst Sondern fein dein glattes Gesichtlein erhältst Und ich trage dich flugs zur Mamsel Veronika Die musst du heiraten, wenn du Hofrat worden Lass ab von mir Satans Geburt Schrie der Student Anselmus voller Grimm Nur deine höllischen Künste haben mich zu dem Frevel gereizt Den ich nun abbüßen muss Aber geduldig ertrage ich alles Denn nur hier kann ich sein, wo die holde Serpentina Mich mit Liebe und Trost umfängt Hör es, Alte, und verzweifle Trotz biete ich deiner Macht Ich liebe ewiglich nur Serpentina Ich will nie Hofrat werden Nie die Veronika schauen, die mich durch dich zum Bösen verlockt Kann die grüne Schlange nicht mein werden So will ich untergehen in Sehnsucht und Schmerz Hebe dich weg, hebe dich weg, du schnöder Wechselbalk Da lachte die Alte auf, dass es im Zimmer gelte und rief So sitze denn und verderbe Aber nun ist es Zeit, ans Werk zu gehen Denn mein Geschäft hier ist noch von anderer Art Sie warf den schwarzen Mantel ab Und stand da in ekelhafter Nacktheit Dann fuhr sie in Kreisen umher Und große Folianten stürzten herab Aus denen riss sie Pergamentblätter Und diese im künstlichen Gefüge schnell zusammenheftend Und auf den Leib ziehend War sie bald wie in einem seltsamen bunten Schuppenharnisch gekleidet Feuersprühen sprang der schwarze Kater aus dem Tintenfasse, das auf dem Schreibtische stand Und heulte der Alten entgegen, die laut aufjubelte und mit ihm durch die Tür verschwand Anselmus merkte, dass sie nach dem blauen Zimmer gegangen Und bald hörte er es in der Ferne zischen und brausen Die Vögel im Garten schrien Der Papagei schnarrte Rette, rette, raub, raub In dem Augenblick kam die Alte ins Zimmer zurückgesprungen Den goldenen Topf auf dem Arm tragend Und mit grässlicher Gebärde wild durch die Luft schreiend Glück auf, Glück auf, Sönlein, töte die grüne Schlange Auf, Sönlein, auf Es war dem Anselmus Als höre er ein tiefes Stöhnen Als höre er Serpentinas Stimme Da ergriff ihn Entsetzen und Verzweiflung Er raffte all seine Kraft zusammen Er stieß mit Gewalt Als sollten Nerven und Adern zerspringen gegen das Kristall Ein schneidender Klang fuhr durch das Zimmer Und der Archivarius stand in der Tür In seinem glänzenden, namassenen Schlafrock Hei, hei, Gesindel, toller Spuk Hexenberg, hierher, heißer So schrie er Da richteten sich die schwarzen Haare der Alten wie Borsten empor Ihre glutroten Augen erglänzten von höllischem Feuer Und die spitzigen Zähne des weiten Rachens zusammenbeißend Zischte sie Frech, frech raus Zisch aus, zisch aus Und lachte und meckerte höhnend und spotten Und drückte den goldenen Topf fest an sich Und warf daraus Fäuste voll glänzender Erde auf den Archivarius Aber so wie die Erde den Schlafrock berührte Wurden Blumen daraus, die herabfielen Da flackerten und flammten die Lilien des Schlafrocks empor Und der Archivarius schleuderte die in knisterndem Feuer brennenden Lilien auf die Hexe, die vor Schmerz heulte Aber indem sie in die Höhe sprang und den Pergamenten in Harren schüttelte, verlöschten die Lilien und zerfielen in Asche Frisch darauf, mein Junge, kreischte die Alte Da fuhr der Kater auf in die Luft und brauste fort nach der Tür über den Archivarius Aber der graue Papagei flatterte ihm entgegen Und faßte ihn mit dem krummen Schnabel im Genick Das rotes, feuriges Blut ihm aus dem Halse stürzte Und Serpentinas Stimme rief »Gerettet! Gerettet!« Die Alte sprang voller Wut und Verzweiflung auf den Archivarius los Sie warf den Topf hinter sich und wollte Die langen Finger der dürren Fäuste empor spreizend Den Archivarius umkrallen Aber dieser riss schnell den Schlafrock herunter Und schleuderte ihn der Alten entgegen Da zischten und sprühten und brausten Blaue, knisternde Flammen aus den Pergamentblättern Und die Alte wälzte sich im heulenden Jammer Und trachtete immer mehr aus dem Topfe zu greifen Immer mehr Pergamentblätter aus den Büchern zu erhaschen Um die lodernden Flammen zu ersticken Und wenn es ihr gelang, Erde oder Pergamentblätter auf sich zu stürzen Verlöschte das Feuer Aber nun fuhren wie aus dem Innern des Archivarius Flackernde, zischende Strahlen auf die Alte »Hei, hei! Drauf und dran! Sieg dem Salamander!« Dröhnte die Stimme des Archivarius durch das Zimmer Und hundert Blitze schlängelten sich in feurigen Kreisen Um die kreischende Alte Sausend und brausend fuhren in wütendem Kampfe Kater und Papagei umher Aber endlich schlug der Papagei mit den starken Fittichen Den Kater zu Boden Und mit den Krallen ihn durchspießend Und festhaltend, dass er in der Todesnot Gräßlich heulte und ächzte Hackte er ihm mit dem schärfen Schnabe Die glühenden Augen aus Dass der brennende Gischt heraus spritzte Dicker Qualm strömte da empor Wo die Alte zur Erde niedergestürzt Unter dem Schlafrock gelegen Ihr Geheul, ihr entsetzliches, schneidendes Jammergeschrei Verhalte in weiter Ferne Der Rauch, der sich mit durchdringendem Gestank Verbreitet, verdampfte Der Archivarius hob den Schlafrock auf Und unter demselben lag eine gerstige Runkelrübe Verehrter Herr Archivarius Hier bringe ich den überwundenen Feind Sprach der Papagei Indem er dem Archivarius Lindhorst Ein schwarzes Haar im Schnabel darreichte Sehr gut, mein Lieber Antwortete der Archivarius Hier liegt auch meine überwundene Feindin Besorgen Sie gütigst nunmehr das Übrige Noch heute erhalten Sie als ein kleines Dusseur Sechs Kokosnüsse und eine neue Brille Da, wie ich sehe, der Kater ihnen die Gläser schändlich zerbrochen Lebenslang der ihrige, verehrungswürdiger Freund und Gönner Versetzte der Papagei sehr vergnügt Nahm die Runkelrübe in den Schnabel Und flatterte damit zum Fenster hinaus Das ihm der Archivarius Lindhorst geöffnet Dieser ergriff den goldenen Topf Und rief stark Serpentina, Serpentina Aber wie nun der Student Anselmus Hoch erfreut über den Untergang des schnöden Weibes Das ihn ins Verderben gestürzt Den Archivarius anblickte Da war es wieder die hohe majestätische Gestalt Des Geisterfürsten, die mit unbeschreiblicher Anmut und Würde zu ihm hinaufschaute Anselmus, sprach der Geisterfürst Nicht du, sondern nur ein feindliches Prinzip Das Zerstören in dein Inneres zu dringen Und dich mit dir selbst zu entzweihen trachtete War Schuld an deinem Unglauben Du hast deine Treue bewährt Sei frei und glücklich Ein Blitz zuckte durch das Innere des Anselmus Der herrliche Dreiklang der Kristallglöcken Er tönte stärker und mächtiger Als er ihn je vernommen Seine Fiebern und Nerven erbebten Aber immer mehr anschwellend Dröhnte der Akkord durch das Zimmer Das Glas, welches den Anselmus umschlossen, zersprang Und er stürzte in die Arme Der holdenlieblichen Serpentina Ende der 10. Vigilie Aufgenommen von Boris Greff Eilfte Vigilie Von der Goldene Topf Von E.T.A. Hoffmann Diese Libri-Box-Aufnahme Ist in der Public Domain Aufgenommen von Boris Greff Eilfte Vigilie Des Konrektors Paulmann Unwille über die in seiner Familie Ausgebrochene Tollheit Wie der Registrator Herr Brandhofrat worden Und im stärksten Froste In Schuhen und seidenen Strümpfen Einherging Veronikas Geständnisse Verlobung bei der dampfenden Suppenschüssel Aber sagen Sie mir nur, wertester Registrator Wie uns gestern der vermaledeite Punsch So in den Kopf steigen Und zu allerlei Allotries treiben konnte Dies sprach der Konrektor Paulmann Indem er am anderen Morgen In das Zimmer trat Das noch voll zerbrochener Scherben lag Und in dessen Mitte Die unglückliche Perücke In ihre ursprünglichen Bestandteile aufgelöset Im Punsche umherschwamm Als der Student Anselmus Zur Tür hinausgerannt war Kreuzten und wackelten Der Konrektor Paulmann Und der Registrator Herr Brandt Durch das Zimmer Schreiend wie Besessene Und mit den Köpfen aneinander rennend Bis Fränzchen den schwindlichten Papa Mit vieler Mühe ins Bett brachte Und der Registrator in höchster Ermattung Aufs Sofa sank Welches Veronika Ins Schlafzimmer flüchtend verlassen Der Registrator Herr Brandt Hatte sein blaues Schnupftuch Um den Kopf gewickelt Sah ganz blass und melancholisch aus Und stöhnte Ach, werter Konrektor Nicht der Punsch Den Mamsel Veronika köstlich bereitet Nein Sondern lediglich Der verdammte Student Ist an all dem Unwesen schuld Merken Sie denn nicht Dass er schon längst Mente Cactus ist Aber wissen Sie denn nicht auch Dass der Wahnsinn ansteckt Ein Narre macht viele Verzeihen Sie Das ist ein altes Sprichwort Vorzüglich Wenn man ein Gläschen getrunken Da gerät man leicht In die Tollheit Und manövriert unwillkürlich nach Und bricht aus in die Exerzitia Die der verrückte Flügelmann vormacht Glauben Sie denn, Konrektor Dass mir noch ganz schwindlig ist Wenn ich an den grauen Papagei denke Ach was Fiel der Konrektor ein Possen Es war ja der alte kleine Farmulus des Archivarii Der einen grauen Mantel umgenommen Und den Studenten Anselmus suchte Es kann sein Versetzte der Registrator Heerbrand Aber ich muss gestehen Dass mir ganz miserabel Zumute ist Die ganze Nacht über Hat es so wunderlich georgelt Und gepfiffen Das war ich Erwiderte der Konrektor Denn ich schnarche stark Nun mag das sein Fuhr der Registrator fort Aber Konrektor Konrektor Nicht ohne Ursache Hatte ich gestern dafür gesorgt Uns einige Fröhlichkeit zu bereiten Aber der Anselmus Hat mir alles verdorben Sie wissen nicht Oh Konrektor Konrektor Der Registrator Heerbrand Sprang auf Riss das Tuch vom Kopf Umarmte den Konrektor Drückte ihm feurig die Hand Rief noch einmal Ganz herzbrechend Oh Konrektor Konrektor Und rannte Hut und Stock ergreifend Schnell von dannen Der Anselmus Soll mir nicht mehr Über die Schwelle Sprach der Konrektor Paulmann zu sich selbst Denn ich sehe nun wohl Dass er mit seinem Verstockten inneren Wahnsinn Die besten Leute Um ihr bisschen Vernunft bringt Der Registrator Ist nun auch geliefert Ich habe mich bisher Noch gehalten Aber der Teufel Der gestern im Rausch Stark anklopfte Könnte doch wohl Am Ende einbrechen Und sein Spiel treiben Also Aparge Satanas Fort mit dem Anselmus Veronika war ganz Tiefsinnig geworden Sie sprach kein Wort Lächelte nur Längst in die gläserne Flasche eingesperrt Wie? Was? Rief der Konrektor Paulmann Ach Gott Ach Gott Auch sie faselt schon Wie der Registrator Es wird bald Zum Ausbruch kommen Ach du verdammter Abscheulicher Anselmus Er rannte gleich fort Er rannte gleich fort Zum Doktor Eckstein Der lächelte Und sagte wieder Ei, ei Er verschrieb aber nichts Sondern setzte dem Wenigen Was er geäußert Noch weggehend hinzu Nervenzufälle Wird sich geben Wird sich geben von selbst In die Luft führen Spazieren fahren Sich zerstreuen Theater Sonntagskind Schwestern von Prag Wird sich geben So berät war der Doktor selten Dachte der Konrektor Paulmann Ordentlich geschwätzig Mehrere Tage und Wochen und Monate Waren vergangen Der Anselmus war verschwunden Aber auch der Registrator Heerbrand Ließ sich nicht sehen Bis am 4. Februar Da trat er in einem neuen Modernen Kleide vom besten Tuch In Schuhen und seidenen Strümpfen Des starken Frostes unerachtet Einen großen Strauß lebendiger Blumen In der Hand Mittags Punkt zwölf In das Zimmer Des Konrektors Paulmann Der nicht wenig Über seinen geputzten Freund Erstaunte Feierlich schritt Der Registrator Heerbrand Auf den Konrektor Paulmann los Umarmte ihn Mit feinem Anstande Und sprach dann Heute an dem Namenstage Ihrer lieben Verehrten Mamselltochter Veronika Will ich dir nun alles Gerade heraussagen Was mir längst Auf dem Herzen gelegen Damals an dem unglücklichen Abend Als ich die Ingredienzen Zu dem verderblichen Punsch In der Tasche meines Martins Herbeitrug Hatte ich es im Sinn Eine freudige Nachricht Ihnen mitzuteilen Und den glückseligen Tag In Fröhlichkeit zu feiern Schon damals hatte ich es erfahren Dass ich Hofrat worden Über welche Standeserhöhung Ich jetzt das Patent Cum nomine Et sigillo Principis erhalten Und in der Tasche trage Ach, ach, Herr Hofrat Herbrand Wollte ich sagen Stammelte der Konrektor Aber Sie, verehrter Konrektor Fuhr der nunmehrige Hofrat Herbrand fort Sie können erst Mein Glück vollenden Schon längst Ei, ei Herr Registr Herr Hofrat Wollte ich sagen Wer hätte das gedacht Nun, wenn Veronika Sie in der Tat liebt Ich meines Teils Habe nichts dagegen Vielleicht Ist auch Ihre jetzige Schwermut Nur eine versteckte Verliebtheit in Sie Verehrter Hofrat Man kennt ja die Possen In dem Augenblick Trat die Veronika herein Blass und verstört Wie sie jetzt gewöhnlich war Da schritt der Hofrat Herbrand auf sie zu Erwähnte in wohlgesetzter Rede Ihres Namenstages Und überreichte ihr Den duftenden Blumenstrauß Nebst einem kleinen Päckchen Aus dem ihr Als sie es öffnete Ein paar glänzende Ohrgehänge entgegenstrahlten Eine schnelle Fliegende Röte Färbte ihre Wangen Die Augen blitzten lebhafter Und sie rief Ei, mein Gott Das sind ja dieselben Ohrgehänge Die ich schon vor Mehreren Wochen trug Und mich daran ergötzte Wie ist denn das möglich Fiel der Hofrat Herbrand etwas bestürzt Und empfindlich ein Da ich dieses Geschmeide Erst seit einer Stunde In der Schlosskasse Für schmähliches Geld Erkauft Aber die Veronika Hörte nicht darauf Sondern stand schon Vor dem Spiegel Um die Wirkung des Geschmeides Das sie bereits In die kleinen Öhrchen Gehängt zu erforschen Der Konrektor Paulmann Eröffnete ihr Mit gravitätischer Miene Und mit ernstem Ton Die Standeserhöhung Freund Herbrands Und seinen Antrag Veronika schaute den Hofrat Mit durchdringendem Blick an Und sprach Das wußte ich längst Dass sie mich heiraten wollen Nun Es sei Ich verspreche ihnen Herz und Hand Aber ich muß ihnen nur gleich Ihnen beide nämlich Dem Vater und dem Bräutigam Manches entdecken Was mir recht schwer In Sinn und Gedanken liegt Jetzt gleich Und sollte darüber Die Suppe kalt werden Die, wie ich sehe Fränzchen soeben Auf den Tisch setzt Ohne des Konrektors Und des Hofrats Antwort abzuwarten Unerachtet ihnen Sichtlich die Worte Auf den Lippen schwebten Fuhr Veronika fort Sie können es mir glauben Bester Vater Dass ich den Anselmus Recht von Herzen liebte Und als der Registrator Herbrand Der nunmehr selbst Hofrat worden Versicherte Der Anselmus könne es Wohl zu so etwas bringen Beschloss ich Er und kein anderer Solle mein Mann werden Da schien es aber Als wenn fremde Feindliche Wesen In mir entreißen wollten Und ich nahm Meine Zuflucht Zu der alten Niese Die ehemals Meine Wärterin war Und jetzt eine weise Frau Eine große Zauberin ist Die versprach mir zu helfen Und den Anselmus Mir ganz in die Hände Zu liefern Wir gingen mitternachts In der Tag- und Nachtgleiche Auf den Kreuzweg Sie beschwor die höllischen Geister Und mit Hilfe des schwarzen Katers Brachten wir einen kleinen Metallspiegel zustande In den ich Meine Gedanken Auf den Anselmus richtend Nur blicken durfte Um ihn ganz in Sinn Und Gedanken zu beherrschen Aber ich bereue jetzt herzlich Das alles getan zu haben Ich schwöre Allen Satans Künsten ab Der Salamander hat über die Alte gesiegt Ich hörte ihr Jammergeschrei Aber es war keine Hilfe möglich So wie sie als Runkelrübe Vom Papagei verzehrt worden Zerbrach mit schneidendem Klange Mein Metallspiegel Veronika holte die beiden Stücke Des zerbrochenen Spiegels Und eine Locke aus dem Nähekästchen Und beides dem Hofrat Herbrand Hinreichend Fuhr sie fort Hier nehmen Sie Geliebter Hofrat Die Stücke des Spiegels Werfen Sie sie heute Nacht Um zwölf Uhr Von der Elbebrücke Und zwar von da wo das Kreuz steht Hinab in den Strom Der dort nicht zugefroren Die Locke aber bewahren Sie Auf treuer Brust Ich schwöre nochmals Allen Satans Künsten ab Und gönne dem Anselmus Herzlich sein Glück Da er nunmehr mit der grünen Schlange Verbunden Die viel schöner und reicher Ist als ich Ich will Sie geliebter Hofrat Als eine rechtschaffene Frau Lieben und verehren Ach Gott Ach Gott Rief der Konrektor Paulmann Voller Schmerz Sie ist wahnsinnig Sie ist wahnsinnig Sie kann immer mehr Frau Hofrätin werden Sie ist wahnsinnig Mitnichten Fiel der Hofrat Herbrand ein Ich weiß wohl Dass Mamsel Veronika Einige Neigung Für den Vertragten Anselmus Gehegt Und es mag sein Dass sie vielleicht In einer gewissen Überspannung Sich an die weise Frau Gewendet Die wie ich merke Wohl niemand anders sein kann Als die Kartenlegerin Und Kaffeegießerin Vor dem Seetor Kurz die alte Rauherin Nun ist auch nicht zu leugnen Dass es wirklich wohl Geheime Künste gibt Die auf den Menschen Nur gar zu sehr Ihren feindlichen Einfluss äußern Man lieset schon davon In den Alten Was aber Mamsel Veronika Von dem Sieg des Salamanders Und von der Verbindung des Anselmus Mit der grünen Schlange gesprochen Ist wohl nur eine poetische Allegorie Gleichsam ein Gedicht Worin sie den gänzlichen Abschied Von dem Studenten besungen Halten Sie das Wofür Sie wollen Bester Hofrat Fiel Veronika ein Vielleicht für einen Recht albernen Traum Keines Weges tue ich das Versetzte der Hofrat Herbrand Denn ich weiß ja wohl Dass der Anselmus Auch von geheimen Mächten Befangen Die ihn zu allen möglichen Tollen Streichen Necken und Treiben Länger konnte der Konrektor Paulmann Nicht an sich halten Er brach los Halt um Gottes Willen Halt Haben wir uns denn etwa Wieder übernommen Im verdammten Punsch Oder wirkt es Anselmi Wahnsinn auf uns Herr Hofrat Was sprechen Sie denn Auch wieder für Zeug Ich will indessen glauben Dass es die Liebe ist Die euch in dem Gehirn spukt Das gibt sich aber Bald in der Ehe Sonst wäre mir bange Dass auch sie In einigen Wahnsinn Verfallen Verehrungswürdiger Hofrat Und würde dann Sorge tragen Wegen der Deszendenz Die das Malum Der Eltern Vererben könnte Nun Ich gebe Meinen väterlichen Segen Zu der fröhlichen Verbindung Und erlaube Dass ihr euch Als Braut Und Bräutigam Küsset Dies geschah sofort Und es war Noch ehe Die aufgetragene Suppe Kalt worden Die förmliche Verlobung Geschlossen Wenige Wochen Nachher Saß die Frau Hofrätin Heerbrand Wirklich Wie sie sich schon Früher im Geiste Erblickt In dem Erker Eines schönen Hauses Auf dem Neumarkt Und schaute lächelnd Auf die Eleganz Hinab Die vorübergehend Und hinaufflornetierend Sprachen Es ist doch Eine göttliche Frau Die Hofrätin Heerbrand Ende Der Elften Vigilie Aufgenommen Von Boris Greff Zwölfte Vigilie Von Der Goldene Topf Von E.T.A. Hoffmann Diese LibriVox Aufnahme Ist in der Public Domain Aufgenommen Von Boris Greff Zwölfte Vigilie Nachricht Von dem Rittergut Dass der Anselmus Als der Archivarius Lindhorst Schwiegersohn Bezogen Und wie er Dort mit der Serpentina Lebt Beschluss Wie fühlte Mit Widerwillen Zwölfte Serpentina Wohin Balis Vigilie königlicher, geheimer Archivarius. Dies freilich etwas raue, aber doch freundschaftliche Billett des Archivarius Lindhorst war mir höchst angenehm. Zwar schien es gewiss, dass der wunderliche Alte von der seltsamen Art, wie mir die Schicksale seines Schwiegersohns bekannt wurden, die ich zum Geheimnis verpflichtet dir selbst, günstiger Leser, verschweigen musste, wohl unterrichtet sei, aber er hatte das nicht so übel vermerkt, als ich wohl befürchten konnte. Er bot ja selbst stilfreiche Hand, mein Werk zu vollenden, und daraus konnte ich mit Recht schließen, wie er im Grunde genommen damit einverstanden sei, dass seine wunderliche Existenz in der Geisterwelt durch den Druck bekannt werde. Es kann sein, dachte ich, dass er selbst die Hoffnung daraus schöpft, desto ehe seine beiden noch übrigen Töchter an den Mann zu bringen, denn vielleicht fällt doch ein Funke in dieses oder jenes Jünglings bewusst, der die Sehnsucht nach der grünen Schlange entzündet, welche er dann in dem Holunderbusch am Himmelfahrtstage sucht und findet. Aus dem Unglück, das den Anselmus betroffen, als er in die gläserne Flasche gebannt wurde, wird er die Warnung entnehmen, sich vor jedem Zweifel, vor jedem Unglauben recht ernstlich zu hüten. Punkt 11 Uhr löschte ich meine Studierlampe aus und schlich zum Archivarius Lindhorst, der mich schon auf dem Flur erwartete. »Sind Sie da, hochverehrter?« »Nun, das ist mir lieb, dass Sie meine guten Absichten nicht verkennen.« »Kommen Sie nur!« Und damit führte er mich durch den von blendendem Glanze erfüllten Garten in das azurblaue Zimmer, in welchem ich den violetten Schreibtisch erblickte, an welchem der Anselmus gearbeitet. Der Archivarius Lindhorst verschwand, erschien aber gleich wieder mit einem schönen goldenen Pokal in der Hand, aus dem eine blaue Flamme hoch emporknisterte. »Hier«, sprach er, »bringe ich Ihnen das Lieblingsgetränk Ihres Freundes, des Kapellmeisters Johannes Kreisler. Es ist angezündeter Arak, in den ich einigen Zucker geworfen. Nippen Sie was Weniges davon, ich will gleich meinen Schlafhoc abwerfen und zu meiner Lust und um, während Sie sitzen und schauen und schreiben, Ihrer Wertengesellschaft zu genießen, in dem Pokale auf- und niedersteigen.« »Wie es Ihnen gefällig ist, verehrter Herr Archivarius«, versetzte ich, »aber wenn ich nun von dem Getränk genießen will, werden sie nicht.« »Tragen Sie keine Sorge, mein Bester«, rief der Archivarius, warf den Schlafrock schnell ab, stieg zu meinem nicht geringen Erstaunen in den Pokal und verschwand in den Flammen. Ohne Scheu kostete ich, die Flamme leise weghauchend, von dem Getränk. Es war köstlich. Rühren sich nicht in sanften Säuseln und Rauschen die smaragdenden Blätter der Palmbäume, wie vom Hauch des Morgenwindes geliebkost. Erwacht aus dem Schlafe, heben und regen sie sich und flüstern geheimnisvoll von den Wundern, die wir aus weiter Ferne holzjährige Harfentöne verkünden. Das Azur löst sich von den Wänden und Wald wie duftiger Nebel auf und nieder, aber blendende Strahlen schießen durch den Duft, der sich wie in jauchzender kindischer Lust wirbelt und dreht und aufsteigt, bis zur unermesslichen Höhe, die sich über den Palmbäumen wölbt. Aber immer blendender häuft sich Strahl auf Strahl, bis in hellem Sonnenglanze sich der unabsehbare Hain aufschließt, indem ich den Anselmus erblicke. Glühende Hyazinthen und Tulipanen und Rosen erheben ihre schönen Häupter, und ihre Düfte rufen in galiblichen Lauten dem Glücklichen zu, wandle, wandle unter uns, Geliebter, der du uns verstehst. Unser Duft ist die Sehnsucht der Liebe, wir lieben dich und sind dein immer da. Die goldenen Strahlen brennen in glühenden Tönen, wir sind Feuer von der Liebe entzündet, der Duft ist die Sehnsucht, aber Feuer das Verlangen, und wohnen wir nicht in deiner Brust, wir sind ja dein eigen. Es rischeln und rauschen die dunklen Büsche, die hohen Bäume. Komme zu uns, glücklicher, Geliebter, Feuer ist das Verlangen, aber Hoffnung unser kühler Schatten. Wir umsäuseln liebend dein Haupt, denn du verstehst uns, weil die Liebe in deiner Brust wohnet. Die Quellen und Bäche plätschern und sprudeln, Geliebter, wandle nicht so schnell vorüber, schau in unser Kristall. Dein Bild wohnt in uns, das wir liebend bewahren, denn du hast uns verstanden. Im Jubelchor zwitschern und singen bunte Vögelein. Höre uns, höre uns, wir sind die Freude, die Wonne, das Entzücken der Liebe. Aber sehnsuchtsvoll schaut Anselmus nach dem herrlichen Tempel, der sich in weiter Ferne erhebt. Die künstlichen Säulen scheinen Bäume und die Kapitäle und Gesimse Akantusblätter, die in wundervollen Gewinden und Figuren herrliche Verzierungen bilden. Anselmus schreitet dem Tempel zu. Er betrachtet mit innerer Wonne den bunten Marmor, die wunderbar bemoosten Stufen. »Ach nein!«, ruft er wie im Übermaß des Entzückens, »sie ist nicht mehr fern!« Da tritt in hoher Schönheit und Anmut Serpentina aus dem Innern des Tempels. Sie trägt den goldenen Topf, aus dem eine herrliche Lilie entsprossen. Die namenlose Wonne der unendlichen Sehnsucht gelüht in den holzseligen Augen. So blickt sie den Anselmus an, sprechend, »Ach, Geliebter! Die Lilie hat ihren Kelch erschlossen. Das Höchste ist erfüllt. Gibt es denn eine Seligkeit, die der Unsrigen gleicht?« Anselmus umschlingt sie mit der Inbrunst des glühendsten Verlangens. Die Lilie brennt in flammenden Strahlen über seinem Haupte, und lauter regen sich die Bäume und die Büsche, und heller und freudiger jauchzen die Quellen. Die Vögel, allerlei bunte Insekten, tanzen in den Luftgewirbeln. Ein frohes, freudiges jubelndes Getümmel in der Luft, in den Wässern. Auf der Erde feiert das Fest der Liebe. Da zucken Blitze überleuchtend durch die Büsche. Diamanten blicken wie funkelnde Augen aus der Erde. Hohe Springbäche strahlen aus den Quellen. Seltsame Düfte, wie er mit rauschendem Flügelschlag daher. Es sind die Elementargeister, die der Lilie huldigen und des Anselmus Glück verkünden. Da erhebt Anselmus das Haupt wie vom Strahlenglanz der Verklärung umflossen. Sind es Blicke? Sind es Worte? Ist es Gesang? Vernehmlich klingt es. Serpentina, der Glaube an dich, die Liebe hat mir das Innerste der Natur erschlossen. Du brachtest mir die Lilie, die aus dem Golde, aus der Urkraft der Erde, noch ehe Phosphorus den Gedanken entsündete, entspross. Sie ist die Erkenntnis des heiligen Einklangs aller Wesen, und in dieser Erkenntnis lebe ich in höchster Seligkeit immer da. Ja, ich hochbeglückter habe das Höchste erkannt. Ich muss dich lieben ewiglich, o Serpentina. Nimmer verbleichen die goldenen Strahlen der Lilie, denn wie Glaube und Liebe ist ewig die Erkenntnis. Die Vision, in der ich nun den Anselmus leibhaftig auf seinem Rittergute in Atlantis gesehen, verdankte ich wohl den Künsten des Salamanders, und herrlich war es, dass ich sie als alles wie im Nebel verloschen, auf dem Papier, das auf dem violettenen Tische lag, recht sauber und augenscheinlich von mir selbst aufgeschrieben fand. Aber nun fühlte ich mich von jähem Schmerz durchbohrt und zerrissen. Ach, glücklicher Anselmus, der du die Bürde des alltäglichen Lebens abgeworfen, der du in der Liebe zu der holden Serpentina die Schwingen rüstig rührtest, und nun lebst in Wonne und Freude auf deinem Rittergut in Atlantis. Aber ich armer, bald, ja in wenigen Minuten, bin ich selbst aus diesem schönen Saal, der noch lange kein Rittergut in Atlantis ist, versetzt in mein Dachstübchen, und die Armseligkeiten des bedürftigen Lebens befangen meinen Sinn, und mein Blick ist von tausend Unheil wie von dickem Nebel umhüllt, dass ich wohl niemals die Lilie schauen werde. Da klopfte mir der Archivarius Lindhorst leise auf die Achsel und sprach. Still, still, verehrter, klagen Sie nicht so. Waren Sie nicht soeben selbst in Atlantis? Und haben Sie denn nicht auch dort wenigstens einen artigen Meierhof als poetisches Besitztum ihres inneren Sinns? Ist denn überhaupt des Anselmus Seligkeit etwas anderes als das Leben in der Poesie, der sich der heilige Einklang aller Wesen als tiefstes Geheimnis der Natur offenbaret? Ende des Märchens Ende der zwölften Vigilie Ende von Der Goldene Topf von E.T.A. Hoffmann Aufgenommen von Boris Greff Ende des Märchens 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 Ende des Märchens